An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Und es ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns zusammengesetzt haben, um eine Folge für euch aufzunehmen. Dafür kommt jetzt aber Gewalt. Wir sind im Hintergrund wirklich am Arbeiten, man kann es nicht anders sagen, neue Folgen für euch vorzubereiten. Die brauchen allerdings noch ein bisschen. Also von daher herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, wo wir uns natürlich einen Gast eingeladen haben. Und das ist der liebe Philipp von Ein Hauch von Nerdigkeit. Hallo Philipp. Hallo und guten Abend an dieser Stelle. Guten Abend. Wir beide sitzen natürlich nicht alleine, denn wir haben unseren Phil auch noch mit eingeladen. Hallo Phil. Moinisch Moini. Das ist so ein Ding so bei euch, ne? So hier von Ein Hauch von Nerdigkeit, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein kleiner Insider, genau. Die Begrüßung hat sich irgendwann so ergeben. Ja. Ja, ich wollte es nicht zu sehr ausbreiten. Tatsächlich hat Philipp ja die Behauptung in die Welt gesetzt, dass das die tatsächlich richtige Begrüßung im hohen Norden ist. Im echten Norden, genau. Richtig. Im echten Norden, genau. Eieiei, ich glaube, jetzt kriegen wir auf jeden Fall diverse E-Mails zu diesem Thema, wo Moin und Moin Moin und Moin und Moinisch Moini. Nein, nein, Moinisch Moini ist definitiv das Richtige. Aber, ähm, genau. Ich habe mir gehört, wenn man mit so einer steilen These einsteigt, dann sind die Leute sofort Feuer und Flamme und wollen weiter zuhören. Was sagt er als nächstes falsch? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil das wird eine sehr, sehr lustige Geschichte heute. Ihr habt heute am Titel schon erkannt, worum es heute geht. Wir reden über die Rampant-Spiele und haben uns Philipp dazu eingeladen, der ein bisschen was dazu erzählen kann. Und bevor wir da einsteigen in das Thema, ähm, Philipp, erzähl doch mal. Ein Hauch von Nerdigkeit, was ist das denn? Ähm, ein Hauch von Nerdigkeit, das ist mein Name auf Twitch. Ich hab, äh, seit ziemlich genau drei Jahren, denke ich, äh, hab ich da einen Kanal am Laufen, wo ich versuche, ja, zwei- bis dreimal die Woche hauptsächlich Minis zu bemalen, aber auch, ja, alles mögliche andere, was irgendwie in das Thema Nerdigkeit reinpasst. Also wir haben auch schon mal was genäht, ich hab mal was vorgelesen, wir basteln Gelände, ähm, wir machen, äh, ja, plastische Landkarten, wir spielen Pen & Paper. Also alles, was irgendwie nerdig ist und dann möglichst noch mit Handwerk zu tun hat. Mhm. Okay, sehr gut. Also den Kanal von Philipp könnt ihr unten in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch den angucken, das verlinken wir natürlich alles dann, wie gesagt. Und damit würde ich sagen, ähm, wenn ihr beiden so nichts habt, lasst uns doch in das Thema einsteigen, Rampant, wenn ihr Bock habt. Sehr, sehr gern. Auf jeden Fall. Es gibt da Spiele da draußen, wo ich mich immer frage, laufen die eigentlich eher so unterm Radar durch und, äh, finden eigentlich oder bekommen gar nicht so diese Aufmerksamkeit, die sie eigentlich hätten verdient. Und da ist für mich ein Garant, ähm, für solche Spiele einfach der Verlag Osprey Wargames. Die haben ja nicht nur diese Rampant-Spiele rausgebracht, worüber wir heute reden werden, sondern die haben ja auch sowas rausgebracht wie zum Beispiel Zona Alpha, was ich sehr, sehr interessant fand. Ja, also alle Stalker-Leute da draußen, die ihr Stalker gespielt habt, das wäre genau das Tabletop für euch, wo ihr euch vielleicht sagt, äh, alter Falter, das ist eine Geschichte. Jetzt kann ich mich endlich ausleben, um mit meinem Stalker durch, ich sag jetzt mal, äh, da durch die Ukraine oder sonst wo zu laufen, um dort dementsprechend irgendwo, ähm, ja, vielleicht irgendwelche Schätze abzugreifen, die durch diesen verstrahlten Nuklearunfall da irgendwie passiert sind. Sehr, sehr abgefahrenes Ding. Und genau so kam das auch, dass Phil um die Ecke kam, unser Phil, und sagte, ey Pivi, hast du schon mal was von Dragon Rampant gelesen oder Xenos Rampant? Ich so, was willst du von mir? Und ehe ich es mir versehen habe, habe ich plötzlich zwei Bücher gekauft. Es geht ganz schnell bei denen. Ich bin so leicht anzufixen, ey, wie so ein Eichhörnchen auf Crack, ey, das ist ganz ehrlich. Ja, aber dann bist du ja nicht alleine, weil, ähm, auch ich bin ja nicht von selber auf die Idee gekommen, ähm, mir diese Spiele anzugucken, sondern wir haben, ähm, jemanden auf dem Discord, der immer mal wieder mit, äh, mit den Rampant-Spielen um die Ecke kam. Ähm, also wir waren eigentlich total immer mit One-Page Rules am Start und waren total angefixt und dann kam der immer wieder um die Ecke und meinte, hey, äh, guckt euch doch mal Rampant an, guckt euch doch mal Rampant an. Und irgendwann, ähm, war es dann im Endeffekt so, dass ich ja diese 10 Kilo Warzone Minis mir mehr oder weniger angeschafft habe. Da war was, ja. Und dann brauchte ich noch ein, ja, und dann brauchte ich noch ein passendes Spielsystem dafür und dann dachte ich, guck dir doch einfach mal Xenos Rampant an. Und ja, ich war sofort Feuer und Flamme für dieses System, weil es irgendwie, ja, sehr ansprechend war und irgendwie sich so anfühlte, als wär's genau das passende System, um diese Minis mal, äh, Leben einzuhauchen und damit ein Spiel zu haben, was man dann damit auch spielen kann im Endeffekt. Mhm. Philipp, wie sah's denn bei dir damit aus? Wann hast du denn das erste Mal so von Rampant erfahren? Boah, ich hab grad schon, ähm, ich zitterte grad schon, weil ich dachte, oh Gott, gleich werd ich das auch gefragt. Äh, ich bin grad wild am Rechnen. Ich denke, so vor fünf, sechs Jahren ungefähr war das. Und, boah, ich kann es nicht mehr so genau sagen, aber es hat auf jeden Fall mit einem Freund von mir zu tun, der mir nämlich, äh, Dragon Rampant empfohlen hat. Äh, Enrico oder auch Berlin Wargaming, da ist er auf Instagram unterwegs, ähm, der hat mir immer wieder davon vorgeschwärmt und, äh, da dachte ich aber, okay, Fantasy gibt's schon so viel, vielleicht guck ich mal lieber, ähm, ob's da nicht auch was Mittelalterliches gibt. Und dann ist es wirklich eher ein Zufall gewesen, dass es genau diese Nische, äh, auch gefüllt hat. Aber wenn man ehrlich ist, Rampant füllt sämtliche Nischen da draußen. Das ist ganz, ganz fantastisch. Beim Lesen von Dragon Rampant, ähm, gehen wir gleich mal einfach durch so, von, ich sag jetzt mal, allein Rampant bis hin zu Xenos Rampant. Dann haben wir, glaub ich, jedes Zeitalter auch irgendwie abgekupfert und abgemacht. Ähm, da ist mir so wirklich in den Sinn gekommen von wegen so, dieses Spiel ist das, glaube ich, was für mich One-Page-Rules, äh, Fantasy Regiments irgendwie nicht konnte. Also dieses Einfangen von, von Einheiten, von Fluff, von, hm, wie soll ich sagen, vom, vom Geschmack der Armee, kann man das so sagen? Irgendwie so, also, so vom, vom Look and Feel von, von, von dem, was ich auf dem Tisch habe. Und das hat für mich, als ich dieses Dragon Rampant gelesen habe, ähm, hat das mich gleich so in den Bann gezogen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch dabei ging, wo ihr, äh, Rampant gelesen habt, was euch sofort ins Auge gestochen ist. Auf meinem Notizen-Settel steht genau der gleiche Satz. Nämlich das, äh, das Lion Rampant für mich, äh, das ist was, also, das war das One-Page-Rules, bevor es One-Page-Rules gab. Das ist so leichtgängig, das ist so schnell erklärt, schnell gelernt, so clever, das macht wirklich so, so viel richtig. Und läuft trotzdem total unterm Radar, wie du ja eingangs schon gesagt hast. Was, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie das eigentlich so sein konnte. Phil, du hast jetzt ja so ein bisschen recherchiert zu demjenigen, der diese Rampant-Spiele gemacht hat. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, bevor wir einsteigen in die Serien selber. Ja, genau. Also, ich hab natürlich relativ oberflächlich recherchiert, muss ich dazu sagen. Ich hab jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte von dem Kollegen irgendwie mir rausgesucht. Aber im Endeffekt geht es um den guten Daniel Mercy aus Sussex, UK. Der hat halt die Rampant-Spiele eigentlich alle mindestens mitgeschrieben. Das ist aber nicht das Einzige, was er bisher so an Spielen in die Welt gesetzt hat. Also, die Rampant-Spiele sind, denk ich mal, wie soll man das sagen, ähm, er hat viele Spiele immer mal wieder entwickelt, geschrieben, mitentwickelt, mitgeschrieben. Und ich glaube so ein bisschen, dass die Rampant-Spiele die Kür sind. Also, darauf hat er hingearbeitet. Weil, wenn man auf Boardgame-Geek mal so nachschaut, was er alles so an Spielen schon entwickelt oder entworfen oder auch an Spielen mitgearbeitet hat. Im Endeffekt hat er vor 20 Jahren angefangen und ist kein unbeschriebenes Blatt, was Tabletop, Wargames angeht. Und kommt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eher aus dem historischen Bereich. Und damit passt es auch zusammen, dass das erste Rampant-Spiel Lion Rampant war, was ja eigentlich ein historisches Wargame ist, wenn mich nicht alles täuscht. Oder, Philipp? Ja, komplett richtig, genau. Also, auf dem wirklich wunderschönen Cover-Prank der Titel Lion Rampant und dann der Untertitel Medieval Wargaming Rules. Das heißt, alles, was irgendwie unter dem Mittelalter zu verstehen ist, von Wikinger-Zeit, also Dark Age, ein bisschen zu spätem Mittelalter ist da alles irgendwie drin. Genau. Also, alles, was irgendwie mit Schwert, Schild und Pferd so verbunden wird. Das würde ich so, glaube ich, sagen. Also, ich habe jetzt parallel hier auch mal geschaut. Der hat ja unfassbar viel gemacht. Das ist ja super beeindruckend. Ja, also, 28 Spiele, laut Boardgame-Geek jedenfalls. Jetzt, genau. Das ist ja wirklich beachtlich. Also, ich glaube, so viele haben wir drei zusammen noch nicht gemacht. Äh, nein. Definitiv nicht, in der Tat. Ich finde das immer spannend, dass dann solche Leute, die dann wirklich so wie unterm Radar durch die Gegend fliegen und Spiele machen, dass die meistens wirklich immer eine Heimat finden bei Osprey Games. Das ist total abgefahren. Mhm. Ja, und wenn man das so für sich mal rausgefunden hat, dass man bei Osprey einfach mal stöbern kann, da findet man sehr, sehr wahrscheinlich was für den eigenen Geschmack. Ja, ohne Scheiß. Ich bin letztens da gewesen und habe mir bei Osprey Games, bin ich einfach mal auch so, wie viele das auch machen, einfach mal so durch den Shop gegangen und einfach mal so gestöbert. Was ist denn da so? Also, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Ob es für denjenigen ist, der sagt, ich möchte ganz gerne meine Saga-Wikinger irgendwo ins Feld führen. Da finde ich was. Dann gibt es Leute, die finden eine WW1, WW2-Geschichte werden, die da finden. Genauso Leute, die eher auf diese Modern-War-Geschichten stehen oder irgendwie Sci-Fi-mäßig was. Also, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Und diese Bücher, gerade hier, ich habe jetzt Dragon Rampant hier in der Hand, das ist ein relativ schmales Buch. Ich glaube, das hat mich irgendwie, lass mich jetzt lügen, 15 Euro gekostet. Ja, in dem Dreh sind die alle. Und hat, lass mich lügen, 64 Seiten. Also, das ist ein relativ kleines, schmales Buch und das nimmt nicht viel Platz weg im Bücherregal, aber es bietet so viel Spaß für 15 Euro, die ich schon, also allein beim Lesen gespielt habe ich es persönlich jetzt noch nicht, schon so viel Spaß gemacht hat, das ganze Kram zu lesen, weil einfach so viele abgefahrene Dinge drin sind. Und ich würde sagen, Philipp, lass uns doch mal einsteigen mit Lion Rampant, damit wir so ein bisschen so in die Zeitschiene reinkommen. Lion Rampant, was ist das genau? Was können wir da machen? Und um wen redet sich? Also, Lion Rampant, laut meiner Recherche 2014 erschienen, irgendwie im Herbst 2014. Und also, er hat ja schon vorher Spiele gemacht, Daniel Mersey. Wir markieren das jetzt einfach mal als unseren Startpunkt von unserer kleinen Historie hier. Was das ist, das ist ein, ja, heute sagt man immer so Bier und Brezel Tabletop. Also ein ganz regelleichtes, regelseichtes System, was so ziemlich alles, was an Simulationen daherkommen könnte, ganz, ganz stark vereinfacht oder sogar streicht. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen der Kern. Und nimmt dann aber wieder ein paar Sachen rein, die so einen kleinen Chaosfaktor so mit reinbringen, um einfach den Spaß ins Unermessliche zu steigern. Also, das erstmal vorweg, so ohne jetzt Details zu verraten. Unermesslicher Spaß erwartet euch. Ja, genau. Das klingt gerade wie so eine schlechte Werbung fürs Ü-Ei. Der unermessliche Spaß, ja. Also, was ich damit konkret meine, ich kann ja mal auf diesen unermesslichen Spaßfaktor hindeuten. Und zwar ist es so, dass man, anders als bei einem anderen Tabletop, und wir gehen gleich sicherlich nochmal wieder einen Schritt zurück, aber man gibt seinen Einheiten ganz normal Befehle, was sie machen sollen, bewegen, angreifen, schießen, wie man es auch kennt. Aber in diesem Fall muss man schauen, ob sie den Befehl überhaupt verstehen. Und es kann sehr gut sein, dass die Einheit Bogenschützen den Befehl nicht verstanden hat. Und dann ist der Zug auch einfach mal zu Ende, obwohl es die erste Einheit war, die man aktivieren wollte. Jetzt kann man sich darüber natürlich furchtbar ärgern. Ja, jetzt ist der Gegner schon wieder dran. Aber in sämtlichen Partien, die ich jemals gespielt habe, hat das immer nur zu großem Gelächter geführt. Das ist also etwas, was man definitiv nicht auf einem Turnier spielt, sondern so, ja, man hat noch anderthalb Stunden Zeit und hat einen Freund oder eine Freundin da und dann passt das. Also, man darf es nicht zu ernst nehmen, dann hat man wahrscheinlich wirklich eine ganz großartige Zeit. Okay, bei Lion Rampant hast du gerade gesagt, wir können Wikinger spielen, wir können, ich sag jetzt mal, irgendwelche Engländer spielen, die sich gegen die Wikinger wehren und so weiter und so fort. Das ist überhaupt kein Problem. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in, wie baue ich mir denn da eine Armee zusammen, beziehungsweise vielleicht ist es sogar besser irgendwie zu überlegen, wie wir mit den Regeln einsteigen. Das überlasse ich jetzt dir einfach mal. Ich weiß nicht, was da jetzt sinnvoller ist. Okay, ich bin da vielleicht nicht ganz so strukturiert, also bremst mich da im Zweifel aus. Nee, wir können das gerne über die Armee-Zusammenstellung machen, ist gar kein Problem, weil damit fängt ja normalerweise auch die Partie an. Das stimmt schon. Also das Ganze wird über Punkte hier geregelt bei Lion Rampant und so eine normale Größe sind irgendwas zwischen 12 und 20 oder 24 Punkte. Ich glaube, ich würde aber sagen, 12 ist so das normale Einstiegsspiel und eine Einheit kostet so durchschnittlich vier Punkte ungefähr. Das heißt, man hat auch eine relativ kleine Bande, so ein Retinue wird das hier genannt, also ein Gefolge. Was dann irgendwie besteht aus vielleicht einer Einheit Bogenschützen, einmal Kavallerie, zweimal Infanterie und dann war es das schon. Also, wie gesagt, durchschnittlich vier Punkte. Kavallerie sind dann meistens halt eher so sechs und ja, irgendwelche Plänkler vielleicht eher so ein bis zwei. Also so baut sich das ungefähr auf und wenn ich das richtig erinnere, kann man jede Einheit maximal zweimal nehmen und die Einheitenauswahl ist auch gar nicht so groß. Denn gut, was sollte man früher auch so groß unterscheiden? Es gibt, ich habe hier gerade die erste Edition vor mir liegen, es gibt ja mittlerweile eine zweite. Da wird unter drei Kavallerieeinheiten unterschieden, also schwer, mittel, leicht im Grunde. Und das gleiche gibt es dann nochmal bei der Infanterie, schwer, mittel, leicht. Dann gibt es nochmal schwer, mittel, leicht bei Fernkampfeinheiten und dann nochmal so ein paar Besonderheiten. So Söldner zum Beispiel oder Bauern, die einfach nichts wert sind. Die haben sogar auch die Sonderregel Stinky oder Smelly, glaube ich, heißt es. Smelly. Genau, darauf können wir später nochmal eingehen. Also damit baut man sich dann also wirklich kurzerhand. Das geht unglaublich schnell, so eine kleine Truppe zusammen. Und man kann dann, indem man nochmal extra Punkte ausgibt, die Einheit nochmal verbessern. Also zum Beispiel wird dann irgendwie eine Einheit, die sonst vier Punkte kostet, kostet dann sechs. Und dann kann sie besser kämpfen oder besser verteidigen. Also es ist total, wenn man einmal diesen kleinen Kasten mit den Charakterwerten, mit den Profilwerten verstanden hat, dann ist das wirklich ein Klacks, da irgendwie durchzusehen, was die anderen Einheiten können. Ich finde allein diese Auswahl, dass du nur sagen darfst, ich darf maximal zwei von jeder Einheit einfach mal mitnehmen. Allein das finde ich schon einen relativ geilen Part. Also ich brauche keine Angst haben, dass ich da jemanden habe, der baut plötzlich mir komplett Kaffelerie entgegen. Und ich stehe da und weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe, so nach dem Motto. Also es gibt für mich so, wenn ich das so überlege, nicht so diese Möglichkeiten, diese In-Ball-Listen zu machen. Wo jemand wirklich sich total austobt und sagt, jetzt hier baue ich eine Liste, um dich fertig zu machen. Ja, absolut richtig. Auch hier würde ich wieder sagen, weg vom Turnier hin zum gemütlichen Spieleabend. Weil es eben überhaupt nicht darum geht, eine Top-Liste zu bauen, mit der man auf jeden Fall gewinnt. Man will eher ein bisschen rumprobieren, man will ein bisschen Abwechslung auf dem Spielfeld haben. Mhm. Ja, finde ich total spannend, ey. Das ist geil. Diese Einheiten werden auch da bei Line Rampant in Stärkepunkten gemessen? Nee, tatsächlich nicht. Genau, das kam erst mit Dragon Rampant, mit der nächsten Edition rein. Hier ist es so, man hat immer Einheiten mit einer Stärke von sechs Kämpfern oder zwölf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Doch, müssen immer sechs oder zwölf sein. Und genau, je nachdem, wie viele ja dann eben sterben im Kampf, werden die einfach weggenommen. Und jetzt kommt man schon zu einem der brillanten Züge dieses Spiels, dass die Einheiten immer nur in voller oder halber Stärke gerechnet werden. Ich gehe davon aus, das ist bei den späteren Teilen dann auch so. So, da könnt ihr mal ganz kurz ein Zeichen geben, ob es da auch so ist. Ist es, ne? Genau. Ja, ist es, ja. Also wenn ich mit meinen zwölf Schwertkämpfern irgendwie ankomme, dann darf ich immer mit der vollen Anzahl Würfel, Würfel im Angriff und dann sterben zwei, drei und ich habe immer noch die volle Anzahl. Irgendwann werden sie auf die Hälfte reduziert, dann habe ich auch nur noch die Hälfte der Würfel, bis sie dann ausgelöscht werden. Und das ermöglicht einen dermaßen flüssigen Spielfluss einfach, das ist einfach eine wahre Freude. Sorgt das nicht ein bisschen dafür, dass ich mich so ein bisschen auch so in Token Schieberei dann irgendwo verliere, so um nachzuhalten, welche Einheit jetzt wie viel von diesen Punkten da weg hat? Also bei Lion Ramping ja gar nicht, da das ja immer einzelne Modelle sind, vorzugsweise. Du meinst jetzt, wenn du also Multibases benutzt zum Beispiel? Ja, oder wenn ich jetzt wirklich Multibases habe oder ich habe da jetzt eine Einheit Schildkämpfer oder Schwertkämpfer mit Schild und die waren vorher mit zwölf Mann und ich fange dann an irgendwie, ja, da plötzlich dann die Hälfte von wegzunehmen, habe ich nur noch sechs. Verliert man da nicht dann doch so ein bisschen noch die Übersicht drüber? Vom Anfangswert, so nach dem Motto, wie viel du hattest? Ne, würde ich nicht sagen, weil der ist ja immer gleich. Also jede Einheit hat ja den gleichen, also egal, ob du zwölf Modelle oder sechs Modelle hast, du hast ja immer deine zwölf Angriffswürfel. Und also zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Lion Ramping anders war. Ne, bis hierhin genau so ist es. Genau, also du hast ja immer deine zwölf Angriffswürfel und ab der Hälfte der Modelle hast du halt sechs Angriffswürfel. Und das ist bei allen Einheiten identisch. Also da gibt es ja gar nicht so viele verschiedene Werte, die man sich merken müsste, sondern immer nur über der Hälfte heißt zwölf Würfel, unter der Hälfte, also ab der Hälfte sind es halt sechs Würfel. Und da du ja auch, sagen wir mal, vielleicht vier bis sechs Einheiten überhaupt noch auf dem Feld hast, verliert man da wirklich gar nicht den Überblick. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen meine Sorge, weil das kennt man ja von anderen Spielen, dass man dann plötzlich, ich sag jetzt mal, mehr Token auf dem Spielfeld hat. Ich guck dich an, Star Wars Legion. Und dann nachher gar nicht mehr weiß von wegen so, welche Einheit hatte denn irgendwie was und so weiter. Und das ist so etwas, was das nervt mich immer. Überhaupt noch nie erlebt. Tatsächlich, mir fällt gerade nur ein einziger Token ein, den man überhaupt dazulegt und das ist, wenn die Einheiten fliehen. Ansonsten brauchst du gar keinen, weil du sie einfach wegnimmst, die Modelle. Genau. Ja, oder auf Multibases. Vielleicht noch was, das man schon aktiviert hat. Ja, bei Multibases stimmt's, da legt man vielleicht einen kleinen Würfel daneben oder so. Aber also da es auch sonst keinerlei Effekte oder so gibt oder keine Spezial-Sondersachen, die man irgendwie markieren müsste, gibt's da gar nicht die Gefahr. Ja, super. Super gut. Was kann ich mir denn, ich sag jetzt mal, für meine Bande, was kann ich mir denn auswählen? Hast du noch mal so ein paar Beispiele aus Lion Rampant? Wir können das gleich noch mal mit Dragon Rampant und auch mit Xenos Rampant machen, damit die Leute da so ein bisschen Gefühl für kriegen, was kann ich denn da auswählen? Also die gucken in ihre Vitrine rein und überlegen, hey, was könnte ich denn nehmen? Lass uns da mal ein paar Beispiele zusammentragen. Sehr gerne. Also ich hab ja hier grad die erste Edition liegen, aber ich hab auch hier die Liste von der zweiten. Da haben sich einfach nur die Namen geändert, muss man dazu sagen. Früher hießen zum Beispiel, also ich hab ja gesagt, es gibt drei Kavallerie-Einheiten. Das waren früher die Mounted Men at Arms, die Mounted Sergeants und die Mounted Human. Heute heißen die Elite Kavallerie, Heavy Kavallerie und Light Kavallerie. Also das ist heutzutage noch mal viel einfacher. Da kann man überhaupt nichts verkehrt machen und man kann gleichzeitig auch alles reininterpretieren. Ob das jetzt irgendwelche Katafrakten sind aus dem Orient und ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster oder irgendwelche schweren Ritter einfach. Das ist völlig egal. Das ist einfach schwere Kavallerie. Krass. Ja, das ist geil. Das ist geil. Oder der Hannibal, das schwere Elefant. Ja, zum Beispiel, genau. Dann würde man das auch irgendwie hinbekommen. Bei den Infanterie-Modellen gibt's halt eigentlich nochmal genau die gleichen. Foot Men at Arms, Foot Sergeants, Foot Human. Und dann gibt's eben nochmal die Söldner dazu. Gucken, wie heißen die denn hier? In Neun heißt die eben nochmal anders. Aber es ist immer völlig selbsterklärend, wer damit gerade gemeint ist. Heavy Infantry, Light Infantry, Elite Infantry. Und so auch nochmal später Archers, Crossbowmen und Skirmishers. Also man kann nichts verkehrt machen. Es ist wirklich großartig. Ich freue mich wirklich, während ich das lese, grinse ich, weil es so clever ist einfach, weil man da alles reininterpretieren kann. Und dass die sich dann später nochmal unterscheiden sollen für irgendeine Fraktion, die ich darstellen möchte, das kläre ich dann eben nochmal durch so extra Käufe. Wie gesagt, vorhin zwei Punkte extra. Dann hab ich auf einmal besondere Bögen, die ein bisschen weiter schießen können vielleicht oder besser treffen. Ist das auch so bei Line Rampant, dass über den Einheiten auch so ein kleiner Erklärungstext steht? Was es denn sein könnte, sodass man sich daran noch ein bisschen mehr orientieren kann? Da ist so ein kleiner historischer Abriss, genau, wer das so ist. Woran man sie früher typischerweise erkannt hat, welche Bewaffnung sie hatten, genau. Okay, perfekt, weil das ist nämlich jetzt hier auch zum Beispiel bei Dragon Rampant ist das nämlich auch so, wo ich mir dann sagte von wegen so, hey, was kann ich denn zum Beispiel unter Heavy Foot, was kann ich da irgendwie reininterpretieren? Und da hat er wirklich aufgeschrieben, auch von wegen so, ja, so einer Art, was haben die, wie du gerade sagst, so Bewaffnung und was das für Modelle sein könnten und wie groß die sein sollten und so weiter und so weiter. Das hat er dann auch mit drin. Finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Finde ich cool. Absolut. Einfach auch an der Stelle wieder super zugänglich. Wie sieht das aus mit Anführern da bei Line Rampant? Mhm. Der Anführer ist ein besonderes Modell, was sich einer beliebigen Einheit anschließen kann. Ja, vorzugsweise natürlich irgendeiner starken Einheit. Der, der begleitet die dann das ganze Spiel über und wird auch bei Verlusten als letztes entfernt. Mhm. Und der gibt einen kleinen Moralbonus. Das ist so das eine, weil Moral spielt nochmal eine recht große Rolle hier im Spiel. Und außerdem, wenn der auf den gegnerischen Anführer trifft, dann kannst du zu so einem kleinen Duell kommen. Das ist dann so ein Minispiel innerhalb der Partie. Das ist wirklich nur ein Gag, kann man so sagen. Der hat natürlich auch eine Auswirkung dann aufs Spiel. Aber ja, das eigentliche Spiel findet ja zwischen den Haupteinheiten statt. Das finde ich stark. Also nutzt er im Prinzip seine Einheit, wo er sich angeschlossen hat, als Lebenspunkte-Schild, wenn man es so richtig möchte, was wir ja schon von One-Page-Rules kennen. Richtig, so ist es. Mhm. Stark. Genau. Und gibt dafür dann eben einen Moralbonus. Ja. An die Einheit und noch umliegende. Okay. Du hast jetzt gerade schon mal so ein paar Mal so Moral erwähnt. Was hat das denn damit auf sich? Scheint, wie du vorhin gesagt hast, relativ wichtig zu sein. Was hat es damit auf sich? Okay, vielleicht, also generell, wir hatten ja überlegt, ob wir über den Listenbau oder über die Regeln rangehen. Spätestens jetzt kommen ja noch ein paar Regeln rein. Generell werden sämtliche Würfe immer mit 2W6 erstmal gemacht. Und zwar sämtliche von diesen Aktivierungswürfen, die ich am Anfang erwähnt habe. Also versteht die Einheit, was sie gerade machen muss. Dann nimmt man 2W6 und guckt halt, ob sie einen gewissen Wert übersteigt. Dann ist jetzt hier, ich habe hier gerade aufgeschlagen, die Archers zum Beispiel. Zum Bewegen brauchen sie eine 6+. Ist schnell gewürfelt. Mit zwei Würfeln. Und genauso laufen auch die Moraltests ab. Oder Courage heißt es hier. Und die werden in verschiedensten Situationen ausgelöst. Und zwar erstmal immer, wenn man Schaden nimmt. Also immer, wenn ein einzelnes Modell entfernt wird, muss man auf Courage würfeln. Und das skaliert, je nachdem, wie viele Kämpfer dieser Einheit bereits gestorben sind. Das heißt, je mehr ausgemerzt die Einheit ist, desto leichter läuft sie eben auch weg. Und das ist wieder ein Faktor, der den ein oder anderen Lacher mindestens auf einer Seite des Tisches bringt. Ja, also eine 6+, mit einem Würfel zu würfeln, ist deutlich schwieriger als mit zwei, definitiv. Und dann werden ja auch noch die, werden ja sozusagen die Verwundungen oder die Casualties, werden ja dann auch nochmal vom Wurfergebnis abgezogen. Genau. Das heißt, ja, weil die Archer haben eigentlich ab der Hälfte der Mannstärke gar keine Chance mehr, diesen Test zu bestehen. So ist es genau. Also jetzt, wir können ja einfach mal bei dem Beispiel bleiben. Die haben da walerweise einen Courage-Wert von 4+. Und das heißt, also sie müssten jetzt, sobald einer gestorben ist, müssten sie schon auf eine 5-Plus würfeln. Sobald zwei sterben auf eine 6-Plus und so weiter. Das wird also immer schwieriger. Und ab der Hälfte der Einheit, also wenn die Hälfte besiegt ist, dann kriegt man nochmal einen extra Malus dazu. Das heißt also genau, irgendwann muss man wirklich immer auf eine 10, 11 oder 12 würfeln. Und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich mit zwei Würfeln. Machbar, aber unwahrscheinlich. Und das sorgt dafür, dass dann am Ende wildes Chaos auf dem Spielfeld herrscht. Und das sorgt ja auch wiederum dafür, dass wenn du diesen Wurf ja nicht geschafft hast, dass automatisch dein Zug endet und der Gegner dran ist. Das habe ich richtig verstanden. Beim Mood-Test ist es nicht so, bei allen anderen ist es so. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Regel, die er so kontinuierlich durchgezogen hat. Das wäre tatsächlich, also ja wirklich, bei allen anderen Sachen hat er es. Beim Angriff, bei der Bewegung, beim Schießen, das schon. Beim Mood nicht. Ich glaube, das wäre einfach zu grausam, weil das muss man immer am Anfang der Runde testen. Ob die weiter weglaufen. Das wäre vielleicht ein bisschen hart. Aber das ist auch so schön schön genug. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wenn ein Courage-Test fehlschlägt und das Endergebnis aber noch über Null ist, dann flüchtet die Einheit auf dem Spielfeld, je nach Spielsituation, im Zweifel in entgegengesetzter Richtung des Feindes und ist nicht sofort aus dem Spiel. Erst wenn das Endergebnis eine Null ist, also angenommen, ich habe eine Einheit mit zwölf Modellen, ich habe schon sechs verloren und ich würfel eine Sechs. So. Dann habe ich ja als Endergebnis Null. Vielleicht habe ich noch meinen Commander in der Nähe, dann hätte ich jetzt noch ein Eins plus, das heißt, ich hätte ein Endergebnis eins. Aber dann hätte ich ja ein Endergebnis Null. Das würde sozusagen dazu führen, dass meine Einheit wirklich sofort aus dem Spiel ist. Vorher flüchtet meine Einheit in entgegengesetzter Richtung des Feindes im Zweifel oder halt, ich weiß nicht, ob das bei Lion Rampant auch schon so war, in Deckung. Und sollte sich dann aber die Einheit bis zum Spielfeldrand oder darüber hinaus bewegen, dann ist sie natürlich auch aus dem Spiel geflüchtet sozusagen. Also es gibt da so mehrere Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Genau, das ist Entdeckung. Das gibt es hier zumindest noch nicht. Aber genau, dass sie sich einfach komplett auflöst, das ist ja auch so. Ja. Okay, und dann habt ihr in diesen Profilwerten habt ihr dann drinstehen, wenn ich jetzt hier so eine Einheit aufschlage, das wird da wahrscheinlich dann ähnlich sein. Es gibt dann ein Attack, Move, Shoot, Courage und Armor. Genau. Und da steht immer 5 plus, 5 plus, 3 plus und so weiter und so fort. Und das ist der Wert, den ich mit zwei W6 dann hier erwürfeln muss. So ist es genau. Die ist natürlich jetzt, diese Blue Books von Osprey, die sind ja immer so ein bisschen schmucklos. Das heißt, da muss man ja erstmal hinkommen, dass man das mag oder dass man da durchschauen mag. Aber wenn man über diesen Punkt gegangen ist, dann ist das schnell verständlich. Das ist einfach eine kleine Tabelle, die wir hier vor uns sehen. Genau, das ist der Wert, den man mit zwei Würfeln treffen muss, damit sie überhaupt diese Aktion ausführen, richtig. Okay, bleiben wir vielleicht bei den Archern. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Einheit, die du da gerade rausgesucht hast. Wenn ich damit zum Beispiel jetzt eine Einheit Ritter beschießen möchte, wie läuft es da gerade? Ja, also, erstmal schaue ich, wie sagen wir es zum zehnten Mal, glaube ich schon, mit den zwei Würfeln schauen wir, ob sie den Befehl verstehen. Jetzt zumindest bei Line Ramping bräuchten die dafür eine 6+, mit zwei Würfeln, also 50-prozentige Chance, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Und dann wissen wir erstmal, ist mein Zug vielleicht auch schon gleich beendet oder schaffen sie es. Aber in dem Fall sagen wir, sie schaffen es. Dann schaue ich daneben in der Tabelle, da steht dann jetzt der Shoot Value. Der ist auch nochmal bei 5+, in dem Fall hier bei meinen Archers. Das heißt, jetzt nehme ich mir meine zwölf Würfel, die wir schon am Anfang beschrieben haben, weil die Einheit noch komplett ist und würfle einfach, wie bei jedem anderen oder bei vielen anderen Tabletop-Systemen auch, einfach welcher davon schafft, ist ein 5+. Also da gibt es ganz wenig Schnickschnack an der Stelle. Für den Fluss sagen wir einfach mal, keine Ahnung, haben jetzt 6 geschafft. 6 davon sind eine 5 oder eine 6 geworden. Dann schaut jetzt der Gegner, was hast du gesagt, die Einheit schießt auf Ritter. Ja, zum Beispiel. Dann schauen wir einfach bei deren Amorwert, und jetzt wird es richtig clever, die haben jetzt zum Beispiel eine Amor von 4, die Ritter. Ui. Wir haben 6 Treffer, dann werden jetzt die 4 gegen die 6 gerechnet. Das heißt, immer für jede volle 4 von der Amor stirbt einer. Das heißt, bei 6 Treffern würde, wie gesagt, genau einer sterben. Für einen zweiten Toten reicht es nicht mehr. Ach, krass. So, das ist, also man muss hier nicht mal wirklich rechnen. Man legt hier einfach so ein kleines Häufchen immer hin und kann dann abzählen. So, hier ist einer gestorben, hier ist, ah, hier hat es nicht mehr gereicht. Man muss nichts vergleichen oder so. Es ist wirklich einfach nur clever gemacht. Genau, und dann sind wir an dem Punkt, dass jetzt einer gestorben ist von den Men at Arms oder von Elite Infantry, je nachdem. Und dann müssen die entsprechend einen Mut-Test machen, wie wir den vorhin ja auch schon beschrieben haben. Das ist spannend. Und dann entsprechend laufen. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen anders. Zumindest, ich kannte das so noch gar nicht, als ich das kennengelernt habe. Und war aber, also erstmal war ich so ein bisschen skeptisch beim Lesen, als ich es das erste Mal mir angeschaut habe. Und beim Spielen dachte ich dann, hey, wie clever ist das denn? Das nimmt mir so viel Arbeit ab. Und ich kann ganz schnell einfach weitermachen. Ja, und vor allen Dingen nicht auf Tabellen würfeln oder irgendwie sowas. Und zu gucken von wegen so, was hast du für eine Stärke? Was habe ich für einen Widerstand? Da muss ich irgendwie immer sieben abziehen und was weiß ich nicht was. So, und dann weiß ich, was ich dann irgendwie würfeln muss, so nach dem Motto. Wie du sagtest, du legst da einfach Häufchen hin und dann zählst du es ab. Das ist, das ist wirklich clever. Genau, und das nimmt also hier so ein bisschen Zufall raus, weil man hier einen Wurf wegmacht. So einen Verteidigungswurf, den andere Systeme haben. Dafür hat man ja den großen Zufallsfaktor mit der Aktivierung. Das darf man ja nicht vergessen. So, aber ja, sobald der Kampf einmal begonnen hat, genau, gibt es da wenig, wo man irgendwie was nachgucken müsste oder vergleichen. Aber das ist ja genau diese geile Nummer von wegen so. Weißt du, du sitzt da als Spieler oder Spielerin und denkst dir von wegen so, ah, jetzt habe ich dich, jetzt schicke ich meine Wolfsreiter, schicke ich dir jetzt über die Flanke rein und so weiter und so fort. Und dann hindere ich dich dran, dann gleich vorzurücken und so weiter und so fort. Und dann würfelst du diese 2W6 und dann kommt nämlich nicht das raus, was du eigentlich haben wolltest. Und dann ist dein Zug vorbei und du brichst innerlich einfach zusammen und der Gegner sitzt da und reibt sich die Hände und freut sich und denkt sich von wegen so, haha, jetzt geht's los. Absolut. Und also ich habe noch keine Partie gespielt, in dem sich nicht beide Seiten drüber gefreut haben, weil es einfach so absurde Situationen ergibt. Man setzt alles darauf, dass jetzt diese Einheit aus dem Gebüsch prescht und dann, naja, der Rest ist dann Geschichte. Spannend. Ja, das gibt irgendwie dem ganzen I-Go-You-Go nochmal so einen ganz eigenen Twist, der diese Art und Weise der Aktivierung frisch wirken lässt. Nicht veraltet und nicht mehr zeitgemäß, sondern frisch und spannend tatsächlich. Also hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich dachte wirklich, alternierende Aktivierungen, das ist meine Religion so ungefähr, aber dieses Spiel hat mich eines Besseren belehrt, wirklich, muss ich sagen. Also ich lehne mich jetzt mal ganz auf dem Fenster. Es fühlt sich zumindest sehr ähnlich flott an wie ein One-Page-Rules zum Beispiel. Ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und so ein Zug kann ja auch einfach nur ein Würfelwurf lang sein. Darf man nicht vergessen. Genau, nur ein Würfelwurf. Das ist wirklich so, ja. Ja, zumindest ist das noch bei Lion Rampant so. Und das Gleiche zieht sich auch bei Dragon Rampant so ein bisschen mit durch. Finde ich aber auch zu so einem Medieval- oder Fantasy-Setting auch gut passend. Also gerade jetzt Peewees Beispiel mit den Wolfsreitern, wenn dann die Goblins da von ihrem Warboss da irgendwie einen Auftrag bekommen, hier, macht mal dies und das. Und dann sagen die einfach so, nee, also, ich bin doch nicht bekloppt. Da haben wir doch jetzt keinen Bock drauf. Willst du denn? Richtig. Mach mal schön selber. Ja, das erzählt halt auch die ganze Ohrfahle so, nee, also, jetzt ist es vorbei. Ja, damit kann man wirklich viel abbilden mit diesem kleinen Wert. Zum Beispiel habe ich jetzt hier diese Bauern. Die greifen zum Beispiel nur auf eine 7 plus an. Also wirklich nochmal ein bisschen schlechter als alle anderen. Die haben halt einfach Schiss. Die wollen nicht in den Kampf. Also, wenn ich die aktivieren will, das ist sehr wahrscheinlich, dass sie es einfach nicht machen. Nö, nö. Das lässt man sein hier. Nö. Meine Forke. Lassen wir mal da vorne in der Rüstung. Ist das schön, ist das schön. Jetzt ist bei Line Rampant, überlege ich jetzt gerade, natürlich so etwas wie Magie nicht dabei. Da kommen wir leider noch mal hin, wenn wir halt nicht über Dragon Rampant reden. Was gibt es denn aber dort halt für Sonderregeln, womit ich meine Armee so ein bisschen individualisieren kann zum Beispiel? Muss ich alles vorlesen, aber vielleicht hast du eben so zwei Sachen, wo du sagst, das ist mir so ins Auge gesprungen. Ja, also der Klassiker ist hier der Schildweil, den man bauen kann. Das heißt immer unterschiedlich in den jeweiligen Editionen, aber sagen wir einfach Schildweil. Da kannst du zum Beispiel, wenn du noch mindestens bei der Hälfte der Einheit bist, dann kannst du den Schildweil bilden und dann bist du besser geschützt gegen Beschuss. So ist zum Beispiel eine Sonderregel, die du dir kaufen kannst. Dazu oder dann gibt es auch Sonderregeln wie den Wild Charge oder Counter Charge. Das heißt, Wild Charge bedeutet, wenn ich mich in Angriffsreichweite befinde, muss ich angreifen. Das haben manche Einheiten. Gerade Kavallerie hat das hier. Oder Counter Charge heißt, wenn jemand auf mich zurennt, dann renne ich einfach auch dagegen. Und dann habe eventuell ich einen kleinen Angriffsbonus dadurch. Das sind so die Klassiker, die man hier ständig hat. Ich habe am Anfang nochmal erwähnt, dass die Bauern smelly sind. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Das ist so geil. Es steht ja auch, es gibt ja zu jedem einen kleinen Erklärungstext. Und die, also Serfs heißen sie hier, Serfs Special Rules Smelly. Und da steht einfach nur, no special rules for this, they just are smelly. Oh nein. Das finde ich sehr süß. Also auch in diesem Feld steht etwas, aber ja, sie müffeln einfach nur ein bisschen. Richtig gut. Aber ist es denn bei Lion und Dragon Rampant auch so, dass es auch Optionen gibt, die quasi eher Mali sind und dadurch die Einheit günstiger machen? Gibt es das dort auch? Ah, das gibt es auch. Ich muss gerade mal schauen. Und das ist eher die Ausnahme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Gibt es aber auch. Generell aber eher die Ausnahme. Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen. Also als Beispiel bei, nur um jetzt mal ganz kurz schon mal vorzugreifen. Bei Xenus Rampant gibt es zum Beispiel die Close Quarters Doctrine, was halt die Reichweite verringert einer Einheit. Und das macht die Einheit dann einen Punkt günstiger. So, dann kann man halt was anderes dafür dann kaufen und hat dann nicht ganz so eine ganz so teure Einheit, ne? Ah, okay. Nur so als Beispiel. Das ist total geil, weil das ist eine Mechanik, die haben, soweit ich weiß, relativ wenig Spiele, dass man seine Einheiten so schlechter machen kann, um dadurch, sag ich jetzt mal, Punkte einzusparen, um sich was anderes zu kaufen. Das ist eine sehr, sehr clevere, clevere Geschichte. Ja, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich habe so eine Einheit mit schweren Shotguns, dann würde ich die um eins günstiger machen mit der Close Quarters Doctrine, dass die halt die Reichweite sich verschlechtert und würde dann einfach mit Armor Piercing wieder den Punkt ausgeben. Das heißt, ich hätte immer noch eine Einheit, die zwei Punkte kostet, aber dafür halt wenig Reichweite hat, aber die, ähm, die Armor des Gegners bei einem, bei einem, äh, äh, beim Schießen um eins verringert, so, ne? Also das sind halt so Kombos, die ich mir zumindest sinnvoll und spannend vorstelle. Ja, absolut. Also ich habe hier gerade das, ähm, einfach nochmal als Äquivalent gefunden, man kann hier seine, die eine Reitereinheit, ähm, den kann man die Bögen wegnehmen, dann haben sie nur noch Wurfspeere, dann haben sie halt eine geringere Reichweite zum Beispiel. Also das geht auch hier, ja. Ja. Das ist super, super spannend, ey. Aber du hast vollkommen recht, das kenne ich so auch gar nicht von anderen Themen. Das wird immer eher vom Minimum ausgegangen und dann kannst du da was dazukaufen, aber so rum ist es mir auch neu. Ja, vor allem, du hast dann deine Punkte, die du irgendwie vollkriegen musst, weißt du, und dann fängst du an, irgendwo Abstriche zu machen an den Einheiten, damit du vielleicht, ich sage jetzt mal, deinem Anführer dort irgendwie ein magisches Item geben kannst oder irgendwie sowas, damit du diese Punkte dann irgendwann zusammen hast oder sowas. Aber einfach zu sagen, äh, hey, pass auf, ich, 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 ich gebe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal fünf Punkte aus, damit ich dann vielleicht einen Widerstand weniger habe oder irgendwie sowas. Ähm, dafür kann ich mir aber dann was anderes dann irgendwie noch dazukaufen. Das sehe ich sehr, sehr selten. Hm. Ja, mir fällt tatsächlich kein einziges Beispiel gerade ein. Nee, ich auch nicht. Also, sicherlich welche, aber ... Ich wollte gerade sagen, also, wenn ihr da draußen Beispiele habt oder sowas, dann lasst uns das mal ruhig wissen, weil das würde mich jetzt echt interessieren. Gerade bei, bei, ähm, solchen Tabletop-Spielen, wo wir, ähm, auch nicht unbedingt mit vorgegebenen Figuren arbeiten müssen, was ja bei den Ramping-Spielen so ist, ne? Also, lasst uns da mal ein bisschen drüber schnacken. Gerade Figuren hat jeder von uns im Schrank und diese Regelsysteme schreien ja quasi gerade dazu, die Sachen aus dem Schrank rauszuholen und zu sagen, hey, lass uns spielen. Also, wenn's mal so wäre. Ich hab mal in mich gegangen. Ja, genau. Also, ich könnte schwören, ich hab das sogar mal bei OPR gesehen, bei irgendeiner Einheit. Dass man sagen kann, die hat nur das und das und dann ist minus zehn Punkte oder so. Aber trotzdem, hier Lion Ramping von 2014 ist ja einfach ein bisschen älter. Ja, das stimmt. Also, da gab's ganz, ganz wenig Einheiten, wo das ging irgendwie. Also, das war aber, glaub ich, auch ein bisschen, um die Möglichkeit zu haben, gewissen, äh, gewisse Modelle, wie sie wegspielen zu können, war das, glaub ich, mal nötig, dass dann einige Einheitenprofile so abgewandelt werden mussten, dass man halt auch Sachen abgibt. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht recht entsinne, gab's bei den Battle Brothers, ähm, also im Endeffekt ist es ja der Bald Predator, das ist ja quasi der Predator-Panzer von den, von den klassischen Space Marines, hat normalerweise entweder eine Laserkanone oder der hat, äh, so ein, so ein Heavy-Sturm-Bolter obendrauf, ich weiß nicht, wie man's genau nennt, ähm, und dem Bald Predator kann man halt einen Flammenwerfer geben und dadurch wird der tatsächlich günstiger, sogar. Mhm, okay. Ich glaub, der ist aber standardmäßig günstiger, weil er, ich glaube, zur Armee selber passt. Äh, und deswegen ist der, glaub ich, günstiger. Irgendwas war da. Ja, das Waffenprofil ist auf jeden Fall schwächer von den, von den Werten her, als, äh, als das, als die Standardausrüstung vom Predator. Und daher, äh, kriegt man dann Punkte wieder, wenn man den mit dem Flammenwerfer ausrüstet. So ist es im Endeffekt. Okay, aber lass uns wirklich nochmal den Bogen schlagen, zurück zu den, zu den Figuren. Also, ähm, das war ja nicht irgendwie scherzhaft gemeint so, dass wir, äh, einfach die Figuren rausholen sollen und damit den Figuren spielen sollen. Also, ähm, Philipp, korrigier mich, aber es wird wahrscheinlich auch so sein, dass in Lion Rampant es total egal ist, wie deine Einheiten gebased sind. Das ist vollkommen egal, genau. Damit ist schon alles gesagt, genau. Mach es, wie du möchtest. Das ist total geil. Ich brauch mir keine Adapter kaufen. Ich brauch nicht anfangen, meine mühevoll gebasten, imperialen, äh, auf 25x25mm Bases von der Base runterzukratzen und die auf Rundbases zu stellen, so nach dem Motto. So wie es ein großer Hersteller mit einem großen System damals mal gemacht hat. Games Workshop, Entschuldigung. Ähm. Ja, äh, sorry. Das, das ist genau das, was ich dann sage. Und du hast vorhin auch schon mal sowas angedeutet, wie Multibases zum Beispiel. Was hat's damit auf sich? Also, ich sag mal, äh, Lion Rampant oder auch später Dragon Rampant, liegt einem da einfach gar keine Steine in den Weg. Wenn du das machen möchtest, benutzt du die einfach. Dann legst du halt einen kleinen Marker daneben oder einen Würfel, damit ist dann alles geklärt. Ja, also wirklich, da verliert das Regelbuch gar keinen großen Text drüber. Einfach, mach doch. Ja, aber um, um das vielleicht ein bisschen näher auszuführen, warum das denn auch so ist, ähm, da würde ich vielleicht gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen. Weil im Endeffekt ist es so, und das zieht sich meines Wissens nach durch alle, äh, Rampant-Spiele durch, wenn ein Modell aus deiner Einheit Sichtlinie zur gegnerischen Einheit hat, haben alle Modelle Sichtlinie. Und so ist es natürlich dann auch im Nahkampf. Das heißt, wenn eins deiner Modelle an die gegnerische Einheit rankommt, kommen alle Modelle ran. Und dadurch wird es dann tatsächlich irrelevant, ob du ein Single-Base-Modell hast oder Multi-Base-Modell oder zehn Modelle oder, also natürlich wird die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass man sich sehen kann, wenn man mehr Modelle hat, aber am Ende des Tages sehen die sich, ne, es macht keinen Unterschied. Und was ich auch so toll finde, ist, dass man ja auch nicht irgendwie anfängt, von wegen so zu überlegen, du hast ein großes Modell, du hast ein kleines Modell, du hast ein winziges Modell, du hast ein Modell, was übergroß ist und das kann überall irgendwie hingucken und so weiter, ähm, das Modell sieht was und aus die Maus, fertig. Genau. Ja, völlig richtig. Keine großartigen Unterteilungen. Ja, Philipp? Wenn du alle sehen kannst, sehen dich ja auch alle. Also von daher ist das Segen und Fluch zugleich. Ja, wollte ich noch nicht sagen. Und hier 2014 bei Lion Rampant ist ja Beschuss, ist zwar ein Thema, aber nicht so ein großes wie später bei Xenon Rampant, muss man einfach sagen. Hier ist halt, ja, der Beschuss spielt hier gar nicht so eine große Rolle. Ja, klar. Es ist halt eher mittelalterlich, ne, und ab und zu mal mit dem Bogenschießen ist nicht so gefährlich wie jetzt ein, jetzt so ein Heavy-Laser-Panel oder sowas. Mhm. Genau. Okay. Was haben wir denn noch für so Grundlagen, die Lion Rampant dargelegt hat, die noch in den späteren Büchern gleich nochmal wichtig werden? Ja, was man vielleicht noch sagen könnte zum Nahkampf ist, ähm, im Gegensatz zum Beschuss ist es so, dass, äh, der Nahkampf ein wenig anders funktioniert, äh, aber auch nur ein wenig. Mhm. Denn im Endeffekt ist es halt so, dass wenn ein Nahkampf stattfindet, dann, ähm, würfelt der Angreifer auf seinen Attack-Wert und der Verteidiger würfelt auf seinen Defense-Wert. Das heißt, ein Kampf findet immer von beiden Seiten statt. Es ist nicht so wie bei den meisten anderen Spielen, wo, wo ich sozusagen, ich bin dran, ich greife an, ich mach Schaden, nein, es ist so, beide Würfeln mit ihren, ne, also wenn man volle Einheitenstärke hat oder über der Hälfte ist mit zwölf Würfeln und beide können sich gegenseitig in diesem, in diesem, in dieser Kampfsituation Schaden zufügen und wenn du richtig Pech hast, kann es halt auch sein, dass du zwar angreifst, aber gar keinen Schaden machst und dafür aber ordentlich welchen einsteckst. Also meistens ist es so, dass die Einheiten einen etwas schwächeren Defense-Wert haben, also meistens ist man in der Defensive eher im Nachteil in der Kampfsituation, weil der Wert halt ein bisschen höher ist, aber im Endeffekt, ja, kann, kann es halt auch für dich böse enden, wenn du jetzt mal in den Nahkampf stürmst. Mhm. Ist auch so eine Mechanik, die ich so noch nicht, äh, erlebt habe. Ja, es gibt schon so Zurückschlag-Mechaniken, sag ich mal, aber das ist standardmäßig so, ist sehr gut, also bei Frostgrave ist es doch auch so, dass man im Kampf immer gegen einander würfelt. Ja, du würfelst ja schon gegeneinander, aber das mit dem Schaden auswürfeln und so weiter und so, das ist noch ein bisschen anders, also du, du ziehst dann nochmal von den Sachen dann, also wenn du höher würfelst mit dem Angriff, ähm, und derjenige verteidigt relativ schlecht, dann wird davon allein nochmal, ähm, zusätzlich die Rüstung nochmal mit abgezogen und so ein, so ein Gedönsel alle, also von daher, das, das ist sehr, sehr tödlich, Frostgrave, wenn man's, äh, wenn man so spielt und das nicht irgendwie noch ein bisschen hausregeln möchte, so nach dem Motto. Das sehe ich jetzt hier bei Line Rampants noch nicht so tödlich wie, wie, wie bei Frostgrave, finde ich. Genau, also die Zuteilung der, der Verwundung oder der Toten läuft dann wieder genau wie beim Beschuss, ne, dass du dann einen kleinen Stapel bildest, also, ne, und dann je nachdem, wie hoch die, die Armor des Gegners ist. Ja. Bei zwei, drei oder vier meistens, genau, jeweils ein Modell wegnimmst. Die Bewegung finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Man kann ja auch, ich sag jetzt mal Rank and File damit spielen. Da wird aber auch nichts irgendwie zugesagt. Du musst jetzt irgendwie schwenken und 90 Grad hier und du darfst aber nur 67,23 Grad nach links und so weiter und so fort und dann dich nur noch zwei Zoll bewegen. Das ist etwas, das fand ich sehr, sehr geschickt. Ja, also bei Line Rampant, zumindest nach meinem Verständnis ist es so, du wirst eher dazu ermutigt, mit so Blobs zu spielen, also, ne, eine kleine Wolke aus Einheiten und wenn sie dann die sonderige Schildwahl nutzt, dann machst du daraus ganz deutlich auch wirklich ein Schildwahl. Mhm. So, damit man diese Unterscheidung machen kann. Aber niemand hält dich davon ab, einfach, ja, Rank and File damit zu spielen. Völlig richtig. So, es geht eben nur nicht auf so Sachen wie Flanke und Rückseite und so ein, weil es dafür gar keine Regeln gibt. Also man hat immer 360 Grad Sicht. Ja, genau. Genau. Aber wenn du das machen möchtest, klar. Ah, das wird immer, das wird immer interessanter, Phil. Wir haben nur keine Zeit. Das ist das große Problem. Ja, das dauert ja auch nicht lang, muss man sagen. Also, nimm dir anderthalb Stunden Zeit und du hast eine Runde gespielt. Mit Regeln lernen vorher. Du hast vorhin gesagt, so 12. Das kann ich bestätigen. Ja, ich wollte gerade sagen, Phil, du hast es ja schon gespielt mit deiner Freundin. Genau, also mein erstes Spiel habe ich mit Franzi absolviert. Und wir konnten sofort losspielen. Also, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie erst mal eine Stunde uns in die Regeln einlesen mussten oder so. Nein, wir haben sofort einfach on the fly losgespielt. Also, es ist sehr intuitiv irgendwie, das Regelwerk, finde ich. Genau. Also, wenn man ab Vorabend gerade was anderes gespielt hat, dann stockt man manchmal und denkt, hey, Moment, aber hier müsste doch eigentlich noch was Komplexes kommen. Aber nee, ist es nicht. Er kommt nicht. Ach so, du wartest noch so quasi auf den Clown, der aus der Torte gesprungen kommt, so nach dem wurde. Ja, genau, richtig. Ja, hier musst du doch so eine Sonderregel greifen. Nee. Wir hatten vorhin ganz kurz über die Bases gesprochen, ob man da einfach machen kann, was man möchte. Also, das Regelwerk ermuntert einen sogar dazu. Nee, ermuntert, ermutigt, wie sagt man? Also, fordert dazu auf. Ja, genau. Nehmt doch bitte einfach die Minis, die ihr habt oder nutzt es als Ausrede, um einfach mal ein paar coole Ritter zu kaufen. Steht wirklich genauso drin. Ich finde es fantastisch. Und also, ich habe hier keine große mittelalterliche Truppe stehen. Ich nehme einfach meine alten Herr-der-Ringe-Figuren. Also, ich habe das letzte Woche auch nochmal zwei Testspiele gemacht. Das waren halt immer Uruk-hai und Orks gegen Rohan und Minas Tirith. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist genau der Grund, warum ich vorhin so schmunzeln musste, als es dann hieß, man soll einfach die Minis nehmen, die man hat, weil ich kenne uns ja und ich weiß genau, wie wir alle drauf sind. Und im Zweifel werden wir uns eher das wieder als Entschuldigung sozusagen dafür hernehmen, doch mal wieder eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen am Ende des Tages. Ja, und man braucht auch gar nicht viel. Haha. In der Tat. Ja, im Zweifel kann man ja einfach für jede Einheit nur ein Modell nehmen. Das würde theoretisch auch gehen. Richtig, und das ist erlaubt. Ja. Ja. Gibt es denn da eine Maximalbegrenzung, wie viele Figuren ich dann in meiner Einheit drin haben darf? Also, meines Wissens wären es einfach nur zwölf. Zwölf Minis maximal in einer Einheit, weil mehr Würfel hast du ja nicht. Und von daher macht es auch nicht mehr Sinn, dann irgendwie mehr auf den Tisch zu stellen. Mit den Punkten, was die komplette Armee ja haben soll, da kann man ja eskalierend nach oben hingehen. Also, da ist ja, ich sage mal, also, das ist sowohl Skirmish als auch Massenschlachtsystem in einem Buch. Das ist alles möglich, genau. Und ich mutmaße jetzt einfach, ohne das hier probiert zu haben, das skaliert wahrscheinlich auch ganz gut, weil es einfach so flott geht. Das ist, ob du jetzt noch mal eine Minute für die nächste Einheit brauchst, ist jetzt auch nicht erheblich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann irgendwann ein bisschen frustiger wird, wenn du noch zwölf Einheiten offen hast, die alle noch nichts gemacht haben und du verhaust dann diesen Aktivierungswurf. Das ist bei vier Einheiten halt nicht ganz so ärgerlich. Bei zwölf, dreizehn, irgendwann wird es dann schon ein bisschen blöd. Aber ich kenne ja mein Würfelglück. Also, von daher, da bin ich wahrscheinlich derjenige, der ganz, ganz laut hier schreit. Immer wenn es darauf ankommt, dann würfel ich scheiße. Das ist, ähm ... Ja, genau. Das ist total sicher. Also, das muss man vielleicht sagen, die taktischste Entscheidung im ganzen Spiel ist wahrscheinlich, äh, in welcher Reihenfolge aktiviere ich meine Einheiten? Weil welche sind mir besonders wichtig oder welche sind besonders gut in dem, was sie jetzt vorhaben? Also, ich weiß halt, okay, dass die jetzt in Nahkampf stürmen, wäre sehr wichtig, aber sie verhauen es wahrscheinlich, dann lasse ich halt erst alle anderen was machen. Das ist natürlich wirklich dieses Abschätzen und Überlegen so nach dem Motto und taktieren so, ne, so, wie könnte ich jetzt demjenigen da irgendwie ans Leder gehen? Ah, spannend, ey, das ist, äh, toll. Und dadurch, dass man aber zum Beispiel bei Nahkämpfen, wie viel ja gerade schon ausgefüllt hat, immer auch zurückschlägt, ist es auch nicht schlimm, wenn man mal eine Aktivierung verpatzt, weil du darfst sowieso immer zu was machen. Also, es ist wirklich großartig. Und das ist ein Riesenvorteil von so Spielen, wo ich einfach sage, man spielt miteinander und nicht einfach wieder gegeneinander. So, und das ist immer so mein Problem. So toll wie The Old World auch ist und auch so andere Spiele. Aber immer erst komplett zu warten, bis einer seine kompletten 2000 Punkte da irgendwo über das Schlagfeld geschoben hat und dann bin ich dran und ich darf zwischendurch einfach mal so Rüstungswürfel würfeln. Und das ist für mich meistens immer so, ja, okay, ist cool, wenn wir eine geile Story da haben und auch geiles Gelände und geile Armeen da stehen haben, dann ist das ganz cool. Aber ich bin wirklich so der Typ, so gerade solche Sachen wie, wie hier so eine alternative Aktivierung oder, oder auch zum Beispiel wie Bolt Action, ne, sowas aus dem Hut zaubern plötzlich und dann, ey, du bist dran, du darfst eine Einheit aktivieren. Oh, jetzt bin ich dran. Das, das, das macht sehr viel mehr Dynamik. Ja, finde ich auch. Genauso. Ja. Und, ne, mal ist die Zeit für das eine gekommen, mal für das andere. Jetzt momentan freue ich mich über sowas hier. Ja, zumal, weil das einfach Spiele sind, wo ich ganz ehrlicherweise sagen muss, ähm, da könnte ich, wenn, wenn, wenn man abends sich trifft, zwei Spiele vielleicht machen und, und hat einfach einen guten Abend. Wenn man anfängt, äh, was weiß ich, wir treffen uns Freitagabend um 20 Uhr und wir wollen irgendwie eine große Partie, sagen wir mal, vielleicht tausend, zweitausend Punkte, äh, The Old World spielen oder irgendwie sowas, dann weiß ich schon, wenn ich Freitagsabend aufschlage bei den Jungs, dass wir vor null Uhr nicht fertig sein werden. Mhm. Mit Regeln gucken, mit, mit diskutieren, wie wird die Regel ausgelegt und so weiter und so fort. Und das hab ich ja, ähm, hier nicht so richtig. Also, also, diskutieren vielleicht schon, aber. Also, sag mal, nach einer Stunde bist du wahrscheinlich mit durch. Also, die erste Partie dauert vielleicht anderthalb, aber das ist wirklich ratzfatz gemacht. Okay. Bei Line Rampant wird wahrscheinlich auch hinten noch im Buch so ein paar Ideen sein, in welchem Zeitalter man spielen kann, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, weil es zieht sich quasi so durch, durch die gesamte Reihe, die Mercy gemacht hat, äh, wie Dragon Rampant, Xenos Rampant dann auch. Ähm, was hinten, bei dir hinten im Buch da für, äh, Beispiele drin? Mhm. Also, auch hier wieder bei der, bei der ersten Edition einfach verschiedene Nationen, die man hier ganz gut, also, ne, wo eine typische Armee aus der Zeit so dargestellt ist. Weiß ich jetzt nicht hier, irgendwie italienische Armee, Early English, Later English und so weiter. Aber was ich den eigentlichen Clou finde, ist dann die nächste Seite, wo zum einen, ne, oh, wie die übernächste Seite, sehe ich gerade. Ähm, zum einen gibt's hier nochmal die Idee von, äh, Hollywood Legends, wo dann zum Beispiel, ähm, so Ritter der Tafelrunde, wie man die darstellen könnte, oder die, äh, die Bande von Robin Hood, mit welchen Einheiten. Das ist mir abgefahren. Also, es ist wirklich einfach witzig, ne, ist ja einfach so eine Idee. Und dann gibt's aber nochmal, oh, schon mal kleine Preview auf das, was später noch kommen sollte, ähm, die Idee, auch Fantasy Minis einfach zu nehmen. So, und stehen hier immer Beispiele, wie könnte man hier zum Beispiel Orcs darstellen, mit welcher Einheit, oder irgendwelche Goblins, oder Riesen, oder so. Ach, das hat der 2014 dann da schon mit reingebaddelt. Hat er schon mal, das, also das sind hier insgesamt, ich guck grad mal, ungefähr 15 Zeilen nur, und jeweils nur mit nem, mit nem Anstrich. Ja. Mit Vorschlägen, wie man die darstellen könnte. Aber das ist großartig, so. Weil genau das mach ich ja hier ständig, in meinen Testrunden. Letzte Woche, ähm, nehmen wir halt einfach Orcs. Weil, das ist jetzt das Interessante, wenn wir jetzt mal rübergehen, und gehen eine, eine Epoche, sagen wir mal, ähm, in eine andere Welt, äh, und gehen nach Dragon Rampant, wo wir einfach sagen, wir befinden uns jetzt in einem, in einem Setting, wie der Name schon sagt, mit Drachen, Zauberern, Orcs, Ogern, Goblins, Zwergen und so weiter und so fort. Mercy hat das Buch, ähm, ich hab grad mal eben hier hinten aufgeschlagen, ähm, 2015 fertig gemacht. Ja, genau. Ziemlich genau ein Jahr später, genau. Also, da müssen ja wahrscheinlich Leute gewesen sein, die ihm gesagt haben, von wegen so, äh, hier, ähm, ne, Line Rampant, schön und gut, aber du hast hinten schon ein bisschen was angeteasert. Genau, die 13 Zeilen, da geht noch mehr. Mach mal fertig, also, ne. Um da nochmal ganz kurz reinzugrätschen, ähm, mittlerweile hat Mercy tatsächlich auch eine, zu den Rittern der Tafelrunde auch eine Miniaturenreihe rausgebracht. Ähm, packen, packen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes, wo ihr die Sachen herbekommt. Finde ich auch super spannend. Da gibt's sogar ein Tokenset, passend zu den Rittern der Tafelrunde, wo man dann so Tokens, äh, dabei hat, wie, äh, Half Strength, ähm, zum Beispiel als, als, als eigenen Token. Und dann gibt's so Modelle wie, ähm, also wirklich alles, was man so aus den Rittern der Tafelrunde sich vorstellen kann, mit Lancelot und Merlin und King Arthur, äh, Geneviere, Mordred, äh, und sogar Gok und Magok, also die beiden, die Riesenbrüder und alles, was, was, was dazugehört quasi. Finde ich auch total witzig. Aber du kannst doch jetzt nicht was von einem Tokenset erzählen. Wir haben gerade versucht, äh, PV davon zu überzeugen, dass es hier keine Tokens gibt. Das ist nicht gut. Ja, aber, aber ich sag mal so, in dem Tokenset sind, äh, irgendwie 24 Token insgesamt drin. Mhm, damit kommt man. Also, das ist, das ist, äh, glaube ich, ähm, für, für das, was wir sonst so gewohnt sind, ist das noch sehr überschaubar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Beim Aufschlagen von Dragon Rampant gibt es auf der, ähm, ich sag jetzt mal, äh, zweiten Seite, wenn man die aufschlägt, gibt es eine Sonderregel, die finde ich absolut abgefahren, denn es ist ein Zauberspruch. Und dieser Zauberspruch heißt Replenish Me, äh, funktioniert auf eine Achtplus und geht auf den, ähm, gegnerischen Mitspieler. Und das ist eine Aktion, die muss sofort ausgeführt werden. Und, ähm, sie besagt, nominate the target player before testing for success. If successful, that player must go and get you a drink and selection of nibbles of your choice. No arguments, it's written right here in the rules. Allein, als ich das gelesen habe, Es ist so großartig. ging mir ein wohliger Schauer über den Rücken und ich hab gedacht, von wegen so, Mercy, du alter, geiler Typ, das ist genau das, wie du die Leute einfach ab, abholst, anfixt und einfach schon mit einem leichten Lächeln in dieses Buch einfach einsteigen lässt. und diesen Zauberspruch, den könnt ihr einfach, einfach mit reinnehmen und könnt den, könnt den einfach zaubern. Das ist, ne, und keiner kann sagen, nee, nee, das mach ich jetzt nicht. Das steht hier, das steht in den Regeln drin. Das ist, Ja, und ich finde, anders als, ähm, ein frühes Age of Sigma, wo es, äh, wo es darum ging, wer irgendwie den längeren Bart hat, darf, äh, hat die Initiative oder so, ne? Da gab's doch ganz abstruse Regeln. Oh, ja. Ähm, hier ist das so, dieser, dieser Witz zieht sich einfach überall durch und, ähm, trägt eher noch dazu bei, dass es Spaß macht. Ja. Also, man merkt von Anfang an, das nimmt sich nicht zu ernst. Das nimmt sich sehr ernst, aber nicht zu ernst. So, für so einen Gag ist immer noch Platz. Ähm, so wie ja eben auch, ähm, bei Lion Ramping, gleich zu Anfang stand, nehmt dieses Spiel gerne als Ausrede, um euch neue Minis zu kaufen. Es ist großartig. Ja, da kann man seiner Frau auch sagen, du Schatz, äh, tut mir leid, aber ich hab das Regelbuch gekauft, da steht drin, wie soll das? Eben. Ähm, ich kann, ich kann nicht anders, also der sagt mir, ich soll das machen, also das steht hier drin, ne, das ist einfach so. Das ist einfach so. Aber Replenish Me ist natürlich, das ist nochmal ein Zacken Schärfer. Ne? Das wusste ich gar nicht, was da drin steht. Ich hab's, äh, äh, Xenos Rampant, die Cypher-Variante, ich hab glaube ich nur die ersten, ersten beiden Seiten, hab ich's geschafft zu lesen. weiter bin ich glaube ich gar nicht gekommen. Ich weiß gar nicht, ob da auch sowas dann drin steht. Ähm, müssten wir uns vielleicht nochmal genauer angucken im Umfeld gesprochen, wo wir, ähm, Lion Rampant und Dragon Rampant spielen können. Also, die Entwickler gibt ja so eine 6x4 Platte vor. Man kann's aber auch 4x4 spielen, also es skaliert ja auch. Und er sagt ja auch ganz klar von wegen so, ey, skaliert euch das, wie ihr wollt, ne? Also, ähm, 15 Millimeter geht genauso wie 28 Millimeter. Kleiner, größer geht immer. Ähm, macht euch das so, wie ihr, wie ihr wollt, ne? Also, das ist auch schon eine geile Nummer, weil ich hab hier zum Beispiel noch, ähm, ich geh nochmal eben hier um ein kleines Schälchen ran, weil ich habe hier nämlich noch eine wunderbare Auswahl von gedruckten, ähm, 15 Millimeter Sauriern, die eigentlich mal für Warmaster gedacht waren. Hm. Ja, und schon ist deine Armee in der Mache. Ja, und das Ding ist schon wieder, ne, von wegen, und schon hab ich meine Armee hier liegen, wo man genau das damit machen kann, ne? Eben, passt wunderbar. Das ist total, total klasse. Okay, gehen wir mal weiter bei Lion Rampant, würde ich sagen, ähm, äh, bei Dragon Rampant. Bei Dragon Rampant, genau. Ein Jahr später. Wir haben schon relativ lange über, über Lion Rampant jetzt gesprochen. Wenn wir uns das angucken, der Aufbau scheint derselbe zu sein, wie bei Lion Rampant, sprich, also, wir haben erstmal unsere Warband, die wir hier aufbauen müssen, dann geht's ein bisschen so in die Regeln mit rein, dann kommen natürlich auch so die, eher fantastischeren Regeln, mit ein paar Sonderregeln damit bei, und dann sind wir schon bei Szenarios und auch ein paar Beispiel Warbands, die er hier mit reingebaut hat. Und ich glaube, mit den Warbands, die hier drin sind, ähm, wenn ich die mal eben so kurz vorlesen darf, dürfte jeder von euch da irgendwelche Minis zu Hause haben. Also, das sind zum einen Borderlands, Centaurs, Zwerge, Elfen, Goblins, äh, Graveyard-Dwellers. Was sind denn Graveyard-Dwellers? Das ist Chaos-Zwerge? Also Bewohner des, äh, nee, also Untote. Ach, ja, boah, PVA, ehrlich, ey, Dachlade, ey. Mann, äh, dann gibt's hier etwas, das heißt, nennt sich All Creatures, Great and Small, Halflings and Gnomes, Knights of the Shining Citadel, Lizardkin, Men of the North, Men of the West, Orks, Redkin, Cent Marauders. Das sind alles die Sachen, die ihr damit quasi spielen könnt. Da dürfte, glaube ich, für jeden etwas dabei sein. Das fand ich schon... Das ist wirklich super vielseitig, ne? Ja. Super. Und gar nicht viel mit irgendwelchen Erklärungen da mit bei. Also teilweise einfach nur so eine halbe Seite, wo die dann einfach erklärt werden, was es denn sein kann. Und das ist dann schon so, damit ihr euch so ein bisschen dann zurechtfindet, was hab ich denn in meiner Warband eigentlich? Ja, weil man eben auch bei seinen eigenen Ministern entscheiden kann, nö, das ist jetzt einfach mal die schwere Infanterie, weil die haben jetzt dolle Schuppen oder so. Das ist voll okay. Ja, genau. Ansonsten ist das gleich. Also wir können uns Multibases machen, wir können Einzelbases machen, wir können die auf rund, auf eckig, auf, ähm, achteckig stellen, äh, es ist vollkommen, vollkommen Lutti. Ähm, Hauptsache da sind irgendwie, äh, Viecher auf Basis, die sind bemalt und sehen geil aus. Also von daher, das finde ich, ist dann schon ne, ne ganz, ganz passende Geschichte. wir wählen uns wieder den Anführer aus, auch überhaupt kein Problem. Und da steht auch wirklich bei, ähm, wie sollten, oder was, was verbirgt sich zum Beispiel hinter, ähm, was hab ich hier jetzt gerade? Light Riders hab ich jetzt gerade hier. Mhm. Was versteckt sich dahinter? Was könnte es sein? Und, ähm, ja, das ist eigentlich ne ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was haben wir? Wir haben Warbeasts mit drin. Dann haben wir hier zum Beispiel noch die ganze Infanterie mit Elite, mit Heavy, mit Lightfoot, ähm, Armies. Dann haben wir etwas hier, das sind, äh, Bellicose Food. Das sind sowas dann wie, wie Ogres und so weiter und so fort. Ähm, Oga. Ah, okay. Oga. Ich male ja gerade Oga, also von daher, die werden dann, für sowas werden die da genau richtig. Und die nächste Armee ist, ja. Ja, die, die steht ja hier schon. Das ist ja, boah, hey, gruseliger Scheiße, ehrlich, ey. Haben wir ein Problem? Ja, wir haben ein Problem mit Plastik. Ja, wir haben Gruppen, die schießen können. Das sind Heavy Missiles und Light Missiles sind das, Scouts, Ravenous Horts haben wir, ähm, und das war's im Prinzip so. Und dann gehen wir auch in die Regeln mit rein. Und ganz ehrlich, die sind nicht anders, als wie wir es gerade schon mal bei Line Rampant angesprochen haben. Das gesamte Setting basiert wirklich auf diesen, auf diesen Regeln und, ähm, sagt auch hier wieder von wegen so, jede Einheit hat die Sichtlinie, egal, 360, tobt euch aus. Überhaupt kein Problem. Ähm, Terrain wird auch wahrscheinlich bei Line Rampant schon drin gewesen sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, das ist etwas, ähm, mit Rough, mit Obstacles, äh, ob irgendein, ähm, Terrain dabei ist, was irgendetwas verdeckt, ob es nicht passierbar ist. Das sind solche Sachen, die sind hier mit, ähm, auch mit drin. Und, was ich sehr, sehr smart finde, ist, ähm, Messer hat hier, wenn man bei Dragon Rampant reingeht, auf Seite 27, hat er ein Ablaufschema, ähm, aufgebaut. Was, wie, wo passieren soll, was du in deinem Zug quasi machen sollst. Und wenn das passiert, dann gehst du diesen Schritt weiter, wenn es nicht passiert ist, dann gehst du bitte diesen Pfeil weiter. Das fand ich super hilfreich beim Lesen. Ist es, ich suche das auch gerade bei mir heraus, das hat er auch schon bei Line Rampant drin. Das ist, ähm, total clever gemacht einfach. Ähm, hat mich am Anfang eher abgeschreckt und beim, auf den zweiten Blick dann, äh, man ist das clever gemacht. Weil das erklärt wirklich den gesamten Zug. Ja, ne? Also, wann du testen musst, ähm, ob deine Einheit jetzt irgendwie abhaut oder battert ist oder irgendwie sowas. Ja. Das ist schon, schon ziemlich, ziemlich, ziemlich clever, muss ich ganz ehrlich sagen. White Chargers haben wir genauso wie mit drin, wie bei, wie bei Line Rampant. Wir haben unsere Aktivierungsmechanik haben wir komplett mit drin, ähm, was wir vorhin schon in Breite diskutiert haben. Ähm, kloppen, schießen, funktioniert alles genau das Gleiche. Bloß natürlich, jetzt haben wir Leute mit dabei, die können natürlich ein bisschen zaubern. Und das ist eine Geschichte. Wir können uns nämlich hier so ein paar Leute mit reinholen, die, ähm, die zaubern können. Und das finde ich eine ganz, ganz abgefahrene Nummer. Casting a Spell. Und wir haben, wenn man mal so überlegt, ähm, es sind gar nicht viele Zaubersprüche, die man machen kann. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zaubersprüche sind das. Und viel mehr ist da nicht. Mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz... Muss ich fragen, ist da das Replenish Me schon mit drin? Ne, dann hättest du jetzt elf. Okay. Gut, ne? Bei dir ist wichtig, nachdem muss ich nochmal fragen. Naja, dann hättest du elf. Was ich aber eigentlich ganz, ähm, witzig finde, ist von wegen so, man kann sich jetzt hier, ähm, äh, gucken, welche, welche Zaubersprüche habe ich. Ähm, man sagt aber auch, dass die Zauberer, ähm, kompletten Zugriff auf diese Tabelle haben. Und das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn, ähm, dieser, ähm, dieser Zauberer kann anscheinend wirklich alles davon sprechen, ohne dass ich mir jetzt vorher was rausgepickt habe. Ähm, aber, ähm, es wird natürlich dann halt auch dementsprechend schwieriger, wenn er seine Lebenspunkte dementsprechend verliert, dann halt die passenden Zauber zu zaubern. Also der stärkste Zauber, den ich dann sprechen kann, der ist auf acht plus. Und wenn ich dann natürlich auch schon Lebenspunkte verloren habe, bin ich dann, ne, relativ zügig bei zehn, elf, vielleicht sogar zwölf. Und dann hab ich wirklich ein Problem, diesen dann halt auch dann zu sprechen, ne? Was mich dann aber wieder zum nächsten Punkt bringt, weil Mercy sagt ganz einfach, feel free to create your own spells. Die sollte ich natürlich mit dem Gegner dann irgendwie absprechen und so weiter. Aber im, im, im Grunde genommen spricht doch nichts dagegen, wenn man einen coolen Zauber hat, der jetzt nicht so overpowered ist, so nach dem Motto, dass man dann einfach sich irgendwie hier was ausdenkt. Also er animiert sogar dazu, in seinem Spiel, äh, dem Spieler die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, nutz doch deine Fantasie. Ja, das ist großartig. Das, ähm, das Äquivalent in Lion Rampant sind so die Tugenden, glaube ich, heißt das hier, die der Anführer hat. Das ist fantastisch. Und, ähm, jetzt ist die Frage, ob dazu auch was steht. Ich würde es dann so verstehen, wenn du dir einen coolen Spruch ausdenkst, gilt der natürlich auch wieder für beide Seiten. Äh, ja, natürlich. Im Endeffekt schon, ja. Ja. Und dadurch ist es hier auch wieder gebellt. Wenn jeder Magier alle Zauber nutzen kann, klar, auf jeden Fall, ja. Das sehe ich ganz genauso. Also wie du mir suchst. Du musst es ja nicht tun, aber du hast diese Option. Und wo hast du das schon? Das ist echt gut. Ja. Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Das macht mir wirklich, ähm, Spaß, hier in diesem kleinen Buch, was nur 64 Seiten hat, einfach zu, zu, und es fühlt sich nach weniger an, muss man dazu sagen. Ja. Also ich finde, wenn man es in der Hand hat, denkt man so, was ist das hier, ein 16-Seiter oder so? Das ist wirklich sehr schmal. Und dann ist aber so viel drin. Das ist echt toll. Ja, und auch tolle Artworks da mit bei, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen, ne? Und, und Miniaturen von, von ganz, ganz wilden, wilden Herstellern, die ich teilweise überhaupt nicht, irgendwie kenne. Also hier sind zum Beispiel, hier habe ich jetzt gerade, ähm, auf Seite 38, wenn ihr das nachgucken wollt, bei euch im, 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 im Buch, da ist eine, eine Einheit, die, ähm, sind wohl, äh, von, aus den 70er Jahren, das sind so, so Waldorcs. Also, sowas, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist, das ist wirklich, das ist Neuland. Für mich, was man hier so sieht, ey, das ist total abgefahren. Ja, das ist wirklich echt eine tolle Lektüre, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir, nachdem wir hier bei den, bei den Zaubersprüchen waren, sind wir dann auch schon in dem Bereich der Szenarios. Also, ähm, hier gibt es um, sechs Szenarios vor, was man denn spielen kann. Ich weiß gar nicht, Phil, habt ihr das irgendwie über Xenos Rimpand? Habt ihr euch dann so ein Startszenario dann irgendwie überlegt, was da drin ist? Oder habt ihr einfach Stell auf und Würfel? Genau, wir haben erstmal nur, um in die Regeln reinzukommen, ein klassisches Deathmatch, äh, gespielt. Yeah. Aufs Maul, bis einer weint. Dann haben wir hier noch drin Quests, zum Beispiel. Also, das wird dann auch sowas sein, wie, ähm, dass man quasi seine, ähm, Bande auch ein bisschen, ein bisschen weiterbringen kann, wie eine Art Kampagnen-System. Das, ähm, finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Aber wenn wir dann, wartet mal, wenn wir dann nämlich hier hinten weitergehen, weitergehen, und hier kommen nämlich Sample Warbands mit dabei. Ähm, und das sind eben diese Sachen, die ich euch vorhin vorgelesen habe, also Borderlands, Centauris, Dwarfs und so weiter und so fort. Und da gibt er auch gleichzeitig schon eine Liste vor, ähm, mit wie viel Punkten ihr dann quasi damit starten könnt. Und das, finde ich, ist für, für Einsteiger, die in Line Ramping einsteigen, eine sehr, sehr starke Idee, sich an sowas erstmal zu orientieren, wenn man vielleicht im ersten Step keine eigenen Ideen hat, und was nehme ich denn jetzt aus meinem Fundus für eben einen Lord, für schwere Infanterie, für berittene Infanterie. Solche Geschichten finde ich sehr, 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 sehr stark. Man muss ja sagen, dass die Armeelisten, die da vorgeschlagen sind, also ich kann ja jetzt gerade nur von Line Ramping reden, aber bei Dragon Ramping wahrscheinlich ähnlich, ähm, die Armeelisten sind irgendwie vier, fünf Zeilen nur. Einfach nur den Namen, wie viele Punkte sie kosten, ob sie Sonderregeln haben und fertig. Ja, also bei... Also das passt wirklich auf so ein kleines Post-it. Äh, das ist total cool, weil ich gucke jetzt, gerade bei den, bei den Zwergen zum Beispiel, da habt ihr einen Lord mit drin stehen, dann habt ihr Hauskarls da mit drin, Axthanes, Speerthanes, Crawlthanes, äh, Thralls, Entschuldigung, and The Vasa, Very Angry Short X-Men, also sprich Berserker. Das ist eine schöne Umschreibung, ja. Die Vasa, Very Angry Short X-Men, das ist, also, und überall in diesem Buch sind diese kleinen, versteckten, versteckten Jokes mit dabei, und ich lieb's, ey, ganz ehrlich, ich, ähm, ich, 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 ich lieb's einfach. Und das ist das, genau das, was ich hier in diesen Händen halte. Und ich grinst die ganze Zeit, wie so ein Grenzdibiler vor mich hin hier, ey, wenn ich hier ins Mikro reinrede, ne? Aber zu Recht. Ja, ohne Scheiß. So, das ist genau das, was ich bei OPR so erstmal nicht bekommen habe. Also, äh, bei Fantasy Regiments, ne? Das ist immer jetzt gerade so, in dem, in dem Fall mein Vergleich, muss ich dazu sagen. So ein Augenzwinkern, meinst du? Bei den Regeln? her auch dann sehr deutlich dann das Widerspiegeln, was sie eigentlich sind. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Untoten hier angucke, ähm, was die dann alle so drin, drinstehen haben und wenn ich mir zum Beispiel die Elfen dagegen angucke, ähm, da sind wieder ganz andere Sachen drin, die aber wirklich auf dieses Volk selber gut gemünzten Sonderregeln beinhalten. Ja, und alles so aus dem gleichen Pool, aber geschöpft, ne? Also, wenn du jetzt denkst, ich denke mir noch meine ganz eigene Fraktion aus, dann kannst du auf diesem Pool von Sonderregeln zugreifen und bastelst dir die einfach selbst zusammen und es funktioniert. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist eine, eine absolut abgefahrene Geschichte. Ja, und dann seid ihr schon bei Seite 64 und 63 und das ist quasi euer Reference Sheet und das war's. Und hinten drauf, also auf Seite 63 ist das Reference Sheet und auf Seite 64 habt ihr so ein, so ein, so ein Rooster Sheet, wo ihr dann eure ganzen Sachen irgendwie eintragen könnt. Ja, that's it, ne? Genau, und das packen wir auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Das gibt es auch auf der Osprey Publishing Seite, ausfüllbar zum Download auf jeden Fall. Dann kann man sich das, kann man sich das quasi dort herunterladen, ausfüllen und ausdrucken am PC oder halt, man kann es sich ja auch dann so ausdrucken und also auch kostenlos einfach zum, zum frei, frei verfügbar als Download auf der, der Osprey Seite. Packen wir auf jeden Fall einen Link mit in die Shownotes. Das gleiche gibt es natürlich auch dann entsprechend für Xenus Rampant und so weiter und so fort auch alles. Und ich würde sagen, da sollten wir vielleicht auch mal jetzt zu Xenus Rampant fortschreiten, weil ich glaube, es wurde jetzt zu Dragon Rampant alles Wichtige gesagt. Aber wir sind doch so gehypt. Jetzt lass uns doch da drin. Sorry, das war voll der Einzelhype von mir, so nach dem Motto. Ich wollte gerade schön überleiten, so nach dem Motto, so Phil, jetzt habe ich meinen Hype hier komplett abgelassen und jetzt kommst du mit Xenus Rampant. Ganz ehrlich, was ein anderer Trümmer ist, als Lion und Dragon Rampant. So, jetzt kommst du. Jein, also alles, was wir bisher über Lion und Dragon Rampant gelernt haben, lässt sich erstmal eins zu eins auf Xenus Rampant auch anwenden. So, jetzt ist es aber so, wir wissen ja, dass der, dass der liebe Daniel Mercy die Rampant Serie erfunden hat. So, jetzt gibt es das Xenus Rampant und das muss man sich im Endeffekt so vorstellen, das ist ursprünglich eigentlich eine Fan-Mod gewesen. Da hat der liebe Richard Cohen aus Lancashire, auch aus UK, sich mal hingesetzt und fand das Regelwerk richtig toll, das Rampant-Regelwerk, aber er wollte eigentlich lieber, weil das halt eher so sein Ding ist, irgendwas Futuristisches damit machen und fand, dass einige Regeln nicht ganz ideal für futuristischere Settings geeignet waren. Also er hatte da sowohl Sci-Fi als auch sowas wie so ein Weird-War-Setting im Hinterkopf und hatte das Ganze dann als Fan-Mod auch auf seinem Blog tatsächlich sogar online gestellt und ist dann irgendwie per Zufall mit Daniel Mercy ins Gespräch gekommen. Was weiß ich, wahrscheinlich haben die sich Mails geschrieben oder wer weiß, was auch immer. Und dann haben sie sich zusammengetan und haben sich dazu entschlossen, Xenos Rampant als offizielles Spiel rauszubringen über Osprey Publishing und dadurch, dass die Osprey-Spiele und dadurch, dass die Rampant-Spiele so erfolgreich waren und Osprey sich da relativ viel durchversprochen hat, jetzt ein Sci-Fi-Spiel sozusagen rauszubringen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, im Endeffekt sind heutzutage ja zumindest meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach Sci-Fi-Spiele doch schon etwas erfolgreicher. Also, alleine schon wo immer 40k und ich schätze mal, dass Osprey sich da so ein bisschen versprochen hat, Mensch, das könnte hier auch so sein und deswegen unterscheidet sich auch das Xenos Rampant-Regelwerk sowohl im Layout als auch in der Art und Weise, wie es als Buch kommt. Denn im Vergleich zu den anderen Rampant-Büchern gibt es das als Hardback. Also das ist ein Hardback-Buch und in Vollfarbe und alles ist in Farbe. Also vielleicht ist das auch gerade, wir haben ja vorhin gesagt hier, wenn ihr diese etwas schlichteren Regelbücher von Osprey, wenn euch das ein bisschen abschreckt, dann ist glaube ich Xenos Rampant sogar tatsächlich vielleicht für diese Menschen der richtige Einstieg in das Setting. Und ich finde es total cool, dass der Daniel Mercy da so offen ist und dann einfach im Prinzip sich mit einem Fan zusammen hinsetzt und da ein ganz eigenes Regelwerk draus macht. Also wie krass ist das denn? Ja, das ist super toll. Das ist wirklich der Traum. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Genau. Und es waren halt auch erst so Namen für das Setting wie Future Rampant oder Lasers Rampant oder so waren erst so ein bisschen im Gespräch. Aber im Endeffekt haben sie sich dann einfach auf das, ich glaube, das griechische Wort für Alien ist glaube ich Xenos. haben sie sich dann geeinigt mehr oder weniger. Also es soll wohl auch kein Hinweis auf ein anderes bekanntes Sci-Fi Wargame sein. Das ist also Zufall, dass da dieses Wort auch sehr häufig vorkommt in diesem Setting. Und dann fragt man, fragen sich die ein oder anderen jetzt vielleicht, was ist denn jetzt der Unterschied? Was macht das Spiel anders? Und es fängt schon mal gleich damit an, dass wir hier nicht mit zwölf oder sechs Würfeln spielen, sondern mit zehn Würfeln. Alleine das verändert ja schon so ein bisschen die Balance, sage ich mal. Dadurch, dass einfach einfach mal zwei Würfel oder ein Würfel fehlen. Das ist schon mal so das Erste, was dort quasi anders gemacht wird. Und das zieht sich dann halt auch so ein bisschen durch. Also es ist jetzt nicht zu krass unterschiedlich im Vergleich zu den anderen Spielen. Aber wir haben dann zum Beispiel das Thema mit den Aktivierungen. So, jetzt ist es zwar witzig und cool, dass Aktivierungen theoretisch immer vom Zufall abhängen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich mal in so einem Sci-Fi-Setting so eine krass durchtrainierte Elite-Einheit vorstellen, die wird ja nicht, wenn sie einen Befehl bekommt, sagen, ja nee, also heute mal nicht, du, also da hab ich jetzt gerade nicht so richtig Bock drauf, sondern das sind alles quasi harte, äh, äh, kampfgestählte Krieger oder Soldaten, die da sozusagen dann in dieser Einheit unterwegs sind. Und deswegen hat sich der, ähm, hat sich der Richard Cohen da von einem anderen Spiel inspirieren lassen. Und zwar von dem Spiel The Men Who Would Be Kings. Das ist auch ein Spiel von Daniel Mercy, auch von Osprey, auch von Mercy. Und zwar in einem, man könnte sagen, spätes, mittleres bis spätes, späteres 19. Jahrhundert Kolonialkriege Setting. Also, ähm, in der Beschreibung steht, dass es halt, es, es, ähm, geht von irgendwelchen, äh, Kämpfen in Indien bis hin zu Afrika und so weiter und so fort. Also all diese, all diese Themen. Und dort wurde dann auch gesagt, okay, wir haben dort also, ähm, Bataillone von, von trainierten Soldaten. Wenn die einen Schießbefehl kriegen, dann schießen die. So. Und deswegen wurden dort freie Aktivierungen eingeführt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben halt bei unseren Einheiten, je nachdem, wie wir unsere Armee zusammenstellen, also die Armee Zusammenstellung funktioniert genau so wie bei allen anderen, äh, Rampant, äh, äh, Spielen. Wir haben halt die Auswahl aus verschiedenen Einheiten Profilen, die wir dann noch upgraden können, was dann wieder Punkte kostet. Aber je nachdem, was wir haben, also zum Beispiel Elite Infantry hat Attack und Shoot als Free Activation. Das bedeutet, meine Elite Infanterie kann jede Runde ohne Test schießen. So. Wenn die sich aber bewegen sollen, muss ich wieder testen. Also Move ist keine freie Aktivierung. Okay, also wirklich deren Spezialisierung ist frei. Ja. Genau. Und so haben wir es zum Beispiel bei einer Light Infantry, die ja eher taktieren soll auf dem, auf dem Schlachtfeld und eher sich in Position bringen. Das zum Beispiel die Move Action Free. So, als Beispiel. Also es ist dann bei Berserk Infantry genauso. Das sollte dem ein oder anderen, der Lion oder Dragon Rampant kennt, auch ein Begriff sein, weil da haben wir wieder diesen legendären Wild, diese legendäre Wild Charge Mechanik natürlich auch wieder drin, die ich total geil finde. Also gerade, wenn ich jetzt hier mir meine Korn-Berserker-Armee vorstelle, also dann habe ich natürlich Berserk Infantry, ist ja klar. Und dann kann es halt durchaus mal sein, dass die, ohne auf den Befehl zu warten, einfach auf den Gegner losstürmen und Blut für den Blutgott schreien. Also so kann man sich da gleich schon, ne, also man merkt, da ist dann doch, wo man ihn haben will, ist dann doch Flavor in dem Spiel drin. Man kann es sich dann halt selber so ein bisschen zurechtlegen. Hinzu kommen dann zu den Standard-Upgrades, also wie zum Beispiel stärkere Waffen oder so, kommen dann noch die sogenannten Xeno-Rules. Und Xeno-Rules sind im Prinzip einfach so Bonus-Upgrades. Also es kann zum Beispiel sowas sein, wie wenn man jetzt, wenn man sich jetzt so Aliens vorstellt, kann das, kann das, können das irgendwelche besonderen Regeln sein, wie zum Beispiel Hive meint, also dass man so eine Regel hat für, für Tyranniden, ne, dass die irgendwie miteinander verbunden sind. oder es gibt auch eine Demonic-Regel. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was noch so ein bisschen mehr Flavor den Einheiten verleiht, um sie noch ein bisschen zu besonderer zu machen. Und natürlich haben wir hier auch wieder ein Pendant zur Magie. Und wie sollte es anderes sein? Es sind natürlich Psychic-Fähigkeiten. Wie sollte es auch anders sein? Ja, genau, ist ja klar. Genau, also hier läuft das ein bisschen anders. Und zwar sind die Psychic-Powers in vier unterschiedliche Klassen aufgeteilt. Das reicht von Delta bis Alpha-Klasse. Und zwar funktioniert das so, die Delta-Klasse Magier, nenne ich es jetzt einfach mal, das kostet mich einen Punkt. Und ich habe aber auch nur Zugriff auf eine, auf einen Zauber, also auf eine Psychic-Power sozusagen. Also ich kann nicht, ich kann nicht jeden Zauber benutzen, wie ich das möchte, sondern ich gebe einen Punkt aus und kriege dafür eine Fähigkeit. Und die Alpha-Klasse kostet mich dann vier Punkte, kann dann bis zu drei Fähigkeiten benutzen. Und die Reichweite aller Fähigkeiten werden um sechs Zoll verbessert. Also ich kann theoretisch maximal drei Fähigkeiten für meine Einheit mitnehmen. Das Ganze kann ich dann noch weiter aufpumpen. Und zwar gibt es dann noch eine Sonderregel Psychic Species oder Species. Das sind sozusagen Wesen, die von Natur aus diese Fähigkeiten sozusagen besitzen, die also besonders begabt darin sind. Da kann ich dann nochmal zusätzliche Punkte ausgeben, dass dann die Fähigkeiten nicht, die Fähigkeiten Tests nicht vom Schwierigkeitswert mehr abhängen. Also zum Beispiel ein Punkt erlaubt es mir, die Fähigkeiten mit einer Schwierigkeit von sechs plus als freie Aktion zu benutzen. Kostet mich natürlich alles Punkte und macht natürlich irgendwann so einen Magier auch ziemlich teuer. Du meinst wirklich diese Punkte zum Rekrutieren? Genau, genau, die Armee zum Rekrutieren. Das ist schon ziemlich teuer. Ich könnte jetzt vier Punkte ausgeben, dann hätte ich drei Fähigkeiten und könnte dann nochmal einen Punkt extra ausgeben. Dann könnte ich zum Beispiel die drei Fähigkeiten, die eine Schwierigkeit von sechs plus haben, alle als freie Aktivierung benutzen. Also könnte ich sagen, ich benutze die einfach und muss dann nur noch das Ergebnis auswürfeln und nicht mehr testen, ob ich den Zauber überhaupt schaffe. Wie viel kostet denn so eine durchschnittliche Einheit? Dass wir jetzt wissen, ist das viel, vier Punkte? Genau, also das ist genauso wie bei Dragon und Lion Rampant im Endeffekt. Also das unterscheidet sich quasi nicht, denn es ist so, dass bei den Einheitentypen ist es im Prinzip auch genau so, dass ich zum Beispiel also das teuerste von den Infanterieeinheiten ist die Elite-Infanterie, die kostet mich standardmäßig erstmal sechs Punkte. Da habe ich dann zwar schon ein paar Special Rules dabei, wie zum Beispiel wenn eine Elite-Infanterie auf dem Schlachtfeld sozusagen, wenn die ihren Courage-Test nicht bestehen und dann quasi sozusagen gestunnt sind oder in Deckung gegangen sind und man dann in der nächsten Runde diesen Rally-Wurf besteht, dann ist es nicht so wie bei anderen Einheiten, dass die dann nichts mehr machen können diese Runde, sondern die können dann in dieser Runde sogar noch eine Aktion starten, weil das sind halt Elite-Infanterie, nur dass die dann keine freie Aktivierung haben, sondern dass dann jede Aktivierung getestet werden muss. Also die sind ziemlich teuer, aber sind auch ziemlich mächtig. Also würde ich jetzt zum Beispiel einen Dreadnought ins Feld außer, dass es natürlich nicht nur Infanterie gibt bei dem Spiel, sondern es gibt auch Vehicles, also Fahrzeuge. Das ist sozusagen noch was, was sich unterscheidet von den anderen Spielen, weil Fahrzeuge sind natürlich nochmal besonders mächtig. Also ich darf zum Beispiel auch nur ein Fahrzeug in meine Armee mitnehmen, weil man will ja keine großen Schlachten wie jetzt bei Weimar 40.000 darstellen, sondern eher so spezialisierte Feuergefechte so ein bisschen. Da gibt es dann natürlich auch ein Transportfahrzeug, also ich kann zum Beispiel so ein Transportheli mitnehmen oder sowas. Und dann gibt es noch als kleine Ausnahme die Softskin Vehicles, das ist dann eher wie so ein Motorradfahrer mit einer Knarre, sag ich mal. Da darf man dann auch schon mal zwei von mitnehmen und die haben dann auch nur eine Armour von drei, also die sind nicht ganz so heftig, aber wenn ich zum Beispiel mir ein Fighting Vehicle angucke mit einer Armour von sechs, also ohne Anti-Tank Weapons sozusagen, habe ich fast keine Chance, dem überhaupt vernünftig Schaden zu machen. Also da muss ich ja schon im Zweifel sechsmal angreifen und jedes Mal sechs Schaden machen, um den überhaupt klein zu kriegen. Also das ist schon ziemlich mächtig und deswegen ist es meiner Erfahrung nach wirklich wichtig, wenn man mit Fahrzeugen spielen möchte, dann müssen entweder beide Fahrzeuge benutzen, weil Fahrzeuge haben halt auch automatisch Anti-Tank Waffen sozusagen, die halt dann immer die Armour des Gegners halbieren oder man muss halt sagen, okay, ich nehme Fahrzeug, du nimmst Anti-Tank Waffen mit, so, ne, oder Anti-Vehicle besser gesagt, dann ist es wieder gebalanced. Und ich finde, da das Ganze ja wieder so freundschaftlich geregelt ist, also zumindest habe ich immer den Eindruck, bei all diesen Systemen, die sind wirklich auf ein freundschaftliches Spiel ausgelegt, da macht man eben genau das vorher, dass man sagt, hey du, ich habe übrigens das dabei, hast du was dagegen, sonst macht es ja keinen Spaß. Auf dem Turnier natürlich unvorstellbar, aber das Spiel will ja ganz anders sein. Also es kann natürlich ein Szenario geben, wo es vielleicht Sinn macht, wo es vielleicht gar nicht ums Auslöschen des Gegners geht, da ist es dann vielleicht egal, dass ein Fahrzeug ein bisschen mehr Armor hat, weil ich habe halt auch Infanterie, die sich weit, genauso weit bewegen kann, also ein Fighting Vehicle hat jetzt auch nur 8 Zoll Movement Range, das ist jetzt nicht irgendwie unfassbar mehr als jetzt, also da kann ich dann noch eher irgendwie eine Berserker Infanterie mitnehmen, die kann glaube ich sogar 12 Zoll weit laufen, die können auch 8 Zoll weit laufen. Achso, was ich noch vergessen habe, es gibt natürlich noch Xenomorphs, das sind dann quasi Aliens oder Dämonen oder sowas halt, die dann auch nochmal besondere Profile und besondere Special Rules sozusagen haben, aber nichtsdestotrotz kann man im Prinzip alle diese Einheiten Profile mit diesen Xeno Rules upgraden im Endeffekt, sodass man halt dadurch diesen Flavor bekommt und im Endeffekt ist es so, dass auch hier wieder, da hattet ihr ja vorhin auch schon ein paar supertolle Beispiele genannt, hier natürlich auch in dem Buch wieder irgendwelche Armee Flavor mit drin sind, also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, Weird War, da gibt es dann was weiß ich, so Nazi Zombies oder sowas halt als Beispiel oder ja, eine Wehrwolf Armee oder sowas oder dann gibt es hier noch Urban Fantasy, das ist so ein bisschen ja, wie man es schon, wie es, ach Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörung, Urban Fantasy, wie man sich das vorstellt, also quasi Elfen und Orks mit Knarren im Endeffekt, nur mit einem Twist, ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Lion und Dragon Rampant Regelwerken auch so war, hier ist es so, dass diese Flavor immer noch Optional Rules mitbringen, wie man das Spiel nochmal, das komplette Spiel, die das komplette Spiel nochmal transformieren, also da würde ich ganz gerne mal zum Beispiel diese Urban Fantasy Regel so ein bisschen hervorheben, jetzt als Beispiel, da gibt es dann eine Regel Police Response, also das muss man sich vorstellen, wie so ein Gefahrenmeter, was immer weiter steigt, je nachdem, wie aggressiv man spielt und wenn das einen gewissen Wert erreicht hat, dann kann es halt sein, dass dann SWAT-Einheiten kommen und sich einmischen ins Spiel. Das ist ja mega, das wollte ich gerade sagen, das ist ja abgefahren. Ja, also das ist so ein Beispiel, also da gibt es natürlich noch ein paar mehr, also es gibt zum Beispiel dann auch so was wie Fog of War, wo man, wo so ein bisschen nicht so ganz klar ist, was auf dem Spielfeld so passiert oder es gibt so eine Zombie-Apokalypse, wo dann Zombies kommen, wenn man schießt und so, also schon so, es geht, es geht über diesen Armee-Flavor noch ein bisschen hinaus, also es sind wirklich noch mal Regeln, die passend zum Setting das ganze Thema noch mal vertiefen, also bei dem Space Opera, da kann man sich ja schon denken, was da dann dahinter steckt, also das ist halt sozusagen Star Wars und Warhammer und so, da gibt es dann zum Beispiel sowas wie, da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Boarding-Actions als Beispiel, also wenn dann so die die imperiale Armee dann irgendwie so ein Rebellenschiff entert und dann Darth Vader da so durchläuft und die alle abmetzelt und sowas halt, um dann noch mal so extra Regeln zu haben, die so Nahkampfsituationen auch noch mal ein bisschen verändern halt, ne? Das ist genau das Richtige, was ich mir auch vorhin so sagte, ich hab hier Star Wars Legion liegen, ich find die Minis find ich ganz geil, das Spiel find ich auch, ja, es ist okay, ich hab hier viel mit Sonderregeln und Token durch die Gegend schieben und so weiter, jetzt kann ich diese Figuren nehmen, pack die zu Sinus Rampant und kann super einfach richtig geiles Star Wars Spiel spielen. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass es dass es Vehicle gibt, gibt's auch die Optionen fliegende Einheiten mit reinzunehmen? Ja, das gibt's auch. Uh, fantastisch. Das ist ja super flexibel. Ja. Ja, also es bietet eigentlich alle Möglichkeiten, die so ein, die so ein Sci-Fi, die man sich im Sci-Fi Setting so vorstellen kann, ne? Also, alles was das Herz begehrt, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, also ich sag jetzt mal, Sci-Fi Figuren haben wir alle en masse irgendwo in irgendwelchen Kisten, Vitrinen, Kisten, noch mehr Kisten und lass mich kurz überlegen, wo haben wir's noch drin? In Kisten. Und viele davon fristen einfach ein Dasein, wo man sich einfach fragt, normalerweise müsste man doch viel mehr mit diesen Dingen machen. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man da draußen ist und man hat vier, fünf Systeme da irgendwie stehen und für jedes System muss man ein eigenes Regelwerk drauf haben, damit man das einfach mal wieder spielen kann, so nach dem Motto. Und dann ist das zumindest bei mir so, dann entwickeln sich die Spielabende meistens in so eine Richtung, dass man das Regelsystem studiert, anstatt zu spielen. Und naja, brauche ich hier nicht mehr mit, ne? Also ich habe die Grundregeln, habe ich drauf, relativ zügig eine, ich sage jetzt mal, eine Bande zusammengeklöppelt und dann geht's los, ne? Ja, total. Und auch nach ein, zwei Jahren, also meine letzte Partie von irgendeinem Ramping-System, war jetzt irgendwie vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Jahre her und meine Einarbeitungszeit, bevor ich jetzt die Woche wieder ein paar Partien gespielt habe, war vielleicht eine halbe Stunde, allerhöchstens. Also ich habe fast bei null angefangen, weil ich wusste es wirklich nicht mehr, wie es geht und war wieder total auf der Höhe, das stimmt gar nicht, Viertelstunde höchstens. Ja, und zack, angefangen zu würfeln. Genau. Wenn echt direkt loslegen. Ja. Ja, und last but not least ist noch ein kleiner, aber feiner Unterschied in der Courage-Test-Mechanik vorhanden. Und zwar ist es im Prinzip so, sobald du einen Treffer kassierst, egal ob Wunden entstehen oder nicht, musst du immer auf Courage testen und das wären dann eigentlich auch schon die, soweit mir das bekannt ist, die größten Unterschiede zwischen Xenus Rampant und den anderen Rampant-Spielen, würde ich so sagen. Das finde ich so faszinierend, dass so diese Kleinigkeiten unterscheiden sich dann und trotzdem, wenn man eins gespielt hat, kommt man super schnell in die anderen rein. Das ist so ein cleverer Grundbau, der einfach auf alles umgemünzt werden kann. Das ist richtig, richtig gut. Und trotzdem fühlt es sich anders an. Also ob du jetzt einen Lion spielst oder Xenus, es ist wirklich ein verschiedenes Spiel, was aber mit den gleichen Grundregeln abgeht. Und das ist, das finde ich sehr, 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 sehr geil. Hm. Klemmer, ja. Jetzt ist es aber so, das will ich heute nicht unerwähnt lassen, es gibt noch mehr Spiele in der Reihe, die nur so ein bisschen unter dem Radar laufen vielleicht. Jetzt bin ich gespannt. Darf ich euch die nochmal nennen? Auf jeden Fall. Ja, klar. Bitte darüber. Weil nämlich, also Daniel Mercy, kann man sagen, ist einer der fleißigsten Schreiber wahrscheinlich da draußen, die es überhaupt gibt. Und wir haben vorhin gesagt, 2014 kam Lion Rampant, was ja den Beginn unserer Reise hier markiert hat. Gleich ein Jahr später kam dann Dragon Rampant. Und dann dachte er sich ja, okay, jetzt sind wir in so eine Fantasy-Richtung gegangen. Jetzt gehen wir direkt nochmal zurück. Weil 2017, zwei Jahre später, kam dann Pikeman's Lament raus. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein, noch nie gehört. Nee. Was ist das denn? Basiert auch auf den, Rampant-Regeln, na klar hat es auch ein paar Besonderheiten für die Zeit und so, da geht es um den 30-jährigen Krieg. Aha. Also selbst die Epoche, die dann ja wieder sehr, ja, sag mal so, gnadenlos ist und ja eben wieder weg von Fantasy geht, selbst die kann man mit diesen Regeln offenbar sehr gut darstellen. Und dem etwas ähnlich kam 2019 dann auch noch raus, Rebels and Patriots. Oh, das sagt mir wieder was. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja. Ja, da geht es dann um den amerikanischen Bürgerkrieg. Das wollte ich gerade sagen. Und das passiert aber eben auch wieder, ja, grundsätzlich erst mal auf diesen Regeln. Hab ich zumindest gelesen, muss ich jetzt sagen. Vielleicht schreit gerade irgendjemand auf, denn das hört, um Himmels Willen, was tust du? Ja, hab ich so gelesen, dass diese beiden Werke auch darauf basieren. Das war 2019 und 2020 hat er sich wieder auf seine Wurzeln, wie sagt man, rückbesonnen, berufen und hat dann, berufen ist sehr gut, ja, und hat dann Lion Rampant The Crusader States rausgebracht. Das heißt, das Ganze nochmal auf die Kreuzzüge umgemünzt, was dem natürlich sehr ähnlich ist, zu Lion Rampant im Mittelalter. Aber eben nochmal so ein paar Sachen, wie eben der Kampf in der Wüste besser dargestellt werden kann. Das gab es bei Lion Rampant auch schon mit einer Sonderregel, wenn man in der Wüste kämpft, dann ist irgendwie die Bewegung und die Rüstung so ein bisschen verändert, um das darzustellen, aber damit hatte sich das dann auch. Bei den Crusader States, da gibt es offenbar, ohne dass ich jemals in das Buch geguckt hätte, noch ein paar mehr Änderungen. Und dann kommen wir jetzt 2022 zur zweiten Edition Lion Rampant, was übrigens auch als Hardcover rauskam. Also Xenos Rampant ist nicht das Erste. Und das hat so ja sämtliche Änderungen, die es in den letzten Jahren so hatte und Errata dann mit drin. Und dann kam 2023 Xenos Rampant. Also das heißt, neun Jahre lang mindestens jedes zweite Jahr was für die Reihe rausgebracht. Das ist super fleißig. Das ist wirklich fleißig. Und vor allen Dingen dann jetzt auch hinzugehen und zu sagen, wir machen dann ein Hardcover draus. das finde ich ja das finde ich ja echt abgefahren, weil das ist natürlich jetzt mit meinen kleinen 64 Seiten Softcover ist das natürlich eine völlig andere eine völlig andere Geschichte. Ich such das gerade mal. Also ich finde immer nur hier die die Variante für 12,75 Euro zum Beispiel bei Miniaturikum jetzt gerade. Das ist die Softcover Variante. Du suchst nach Dragon Rampant aber, ne? Ach so, ja. Sorry. Aber ist ja egal. Wenn du Line Rampant, dann findest du glaube ich nur noch die Aber 12,75 Euro für Dragon Rampant direkt hier aus Deutschland verschickt. Ja, da kann man nicht sagen. Kaufen. Das ist eine richtige No-Brainer eigentlich. Das ist No-Brainer. Also wenn ihr nächstes Mal bei Miniaturikum einkauft, bitte bitte kaufen. Und ich habe jetzt mal Line Rampant Second Edition eingegeben bei Miniaturikum. 21,95 Euro. So wie ich das gelesen habe, also klar, ein paar Sachen sind da eben verfeinert und beim Wording noch ein bisschen besser geworden. Hauptsächlich sind glaube ich mehr Szenarien drin. Das habe ich so gelesen. Die machen nochmal gut zehn Seiten mehr aus. Ja, und natürlich mehr Bilder. Dies, das. Ja, das war mir aber gerade noch wichtig zu erwähnen. Es gibt wirklich noch mehr Bücher aus der Reihe, die ohne sie jetzt gesehen zu haben wahrscheinlich genauso fantastisch sind wie die, die wir jetzt hier in der Hand haben. Ja, wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Da haben wir wieder was angerichtet. Wahrscheinlich kommt wieder irgendwie mein Discord so nach dem Motto, ihr schwärmt immer für die Sachen und ihr seid scheiße, weil ihr fixt die Leute immer an und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr seid scheiße, hat noch nie jemand gesagt. Doch, im Zusammenhang von wegen, nee, das glaube ich auch. Nee, hat mir einer schon mal gesagt, von wegen, ihr seid so scheiße, weil wegen euch fliege ich wie ein Schmetterling immer durch die Gegend. I'm looking at you, Eike. Ja, aber das ist ja dann, das ist ja dann eher mit einem Augenzwinkern, ihr seid so scheiße gemeint. Das kann man ja dann, okay. Eike meint das nicht so. Smelly ist jetzt das neue Wort. Smelly. Oh, ich finde, ich finde das so super, ey. Es ist smelly. Ihr seid so smelly. Ja. Nice, 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 nice. Ich wollte nur bestätigend sagen, ich habe irgendwie jetzt noch mehr Bock drauf bekommen und werde mir jetzt definitiv Akzinos Rampant auch noch zulegen. Das habe ich nämlich noch nicht in der Sammlung. Es gibt übrigens so ziemlich alle, auch als PDF, da kenne ich die aktuellen Preise nicht bei Osprey. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal eine Idee. Ah, okay. Okay. Aber ich wollte auch gerade sagen, also das ist ja auch fast ein, ehrlich gesagt, ein No-Brainer. Also Lion Rampant für 21,95 und Dragon Rampant für 13. Das ist ja, das ist ja ein No-Brainer. Das bestellt man sich mal mit. Eben, wenn man sowieso ein paar Farben bestellt oder irgendwie die nächste Box für irgendwas. Genau. Dann könnt ihr euch das mal mitbestellen. Also von daher tut das einfach. Ja, das denke ich doch auch. Okay, wenn ihr so nichts mehr zu dieser Serie habt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns vom lieben Philipp von Ein Hauch von Neuerlichkeit. Schaut unbedingt mal bei ihm auf Twitch vorbei und hinterlasst mal, wie sagt man bei euch Twitchern? Irgendwie ein Abo oder wie ist das da bei euch? Ein Follow. Ein Follow ist das. Die gängige Form, genau. Abo würde dann kosten. Das führt vielleicht zu weit. Nee, ich freue mich da über jeden Namen, den ich da im Chat lese oder über jeden. Man spricht da von Lurkern, also Leuten, die nur zuschauen und nichts schreiben. Die sind auch gerne gesehen. Ach so. Ja, super geil. Ja, seht ihr, ich bin nicht so in diesem Twitch-Game. Also alle sind einfach willkommen. Ja. Nein, fahr doch mal wirklich vorbei und gucken. Das macht immer Spaß, wenn man wenn man Philipp dabei zugucken kann, wie er dann irgendwelche Dinge tut. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit Philipp etwas machen. Da könnt ihr in der Zukunft noch mal gespannt sein. Wir gehen mal von ich sag mal Herbst aus aber das zu einer anderen Zeit in einem anderen Podcast. Vielen Dank ihr beiden für diese illustre Runde und Philipp, letzte Wort gehört dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh mir? Ja, du bist Gast. Okay, also wir haben das ganze Jahr mit Phil's Moini Schmoini begonnen. Dann sage ich nur noch es hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Abenteuer, die wir erleben und sage jetzt Ciao, Miau. WDR mediagroup GmbH